ARD Text im Auftrag von Funk Paul! Oh, verdick! Ah! Moment! Die hatten wir schon. Glück gehabt! Was hätte sie die doppelte Dosis abbekommen? Hey, Paul! Wo bist du? Okay, ich hab' dich wohl nie aufgepasst. Kein Problem. Wem war's das? Ach, mit denen haben wir echt Glück gehabt. Alle gesund und munter. Das wundert mich nicht. An Luna geht's den Tieren einfach gut. Ich wünsche dir alle Hilfe, auf die ich komme, würden so perfekt geführt. Hallo, Mama! Hey! Hallo, Paul! Hallo! Tschüss! Kann ich jetzt haben, Paul? Na klar! Ach, du bist doch verrückt geworden, Jonas. Wir können doch nicht alle Tiere mit nach Hause nehmen. Was glaubst du, was da los wär? Was machst du überhaupt schon hier? Ich dachte, du hast heute sechs Stunden. Ich wollte einen Sportfern aus, weil der Sonnebeck sich ein Bein gebrochen hat. Ich wollte fragen, ob ich zufälle darf. Also gut, wenn du die Hausaufgaben nicht vergisst. Und sieben bist du aber spätestens wieder zu Hause. Weil das Mutter hat gesagt, ich könnte bei Ihnen übernachten. Darf ich, Mama? Ich schlafe noch mehr als zwei Stunden. Ja. Na schön! Super! Tschüss, Mama! Morgen hab ich dir beim Boot, ja, Pa? Hey! Moment! Hiergeblieben! Bis morgen, mein Schatz, ja? Pass auf dich auf, ja? Klar! Mach ich! Ciao! Ciao! Ach, hast du Lust, du könntest mich nach Stockholm begleiten? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich hab um drei einen Termin beim Landwirtschaftsverband. Du könntest ein bisschen shoppen gehen. Und dann haben wir zusammen Essen. Oder ins Theater. Es ging toll! Mein Vater? In einer halben Stunde? Schaffst du das? Das ist kein Problem. Ich geh nur noch schnell bei Herrn Hanson vorbei und danach kann's losgehen. Ja, tu das, er hat schon nach dir gefragt. Wie geht's ihm denn heute? Er klagt nicht, aber seit dem Schlaganfall ist er nicht mehr der Alte. Hallo, Herr Hanson! Karin! Das ist nett, dass Sie vorbeischauen. Möchten Sie einen Kaffee? Ich sag mir ja Bescheid. Danke, lassen Sie nur. Ich hab leider nicht viel Zeit. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht und Ihnen etwas bringen. Was ist das? Sehen Sie nach? Ist er nicht niedlich? Ja. Er war der kleinste Entwurf. Ich hab ihn vom Bergmanns. Und er braucht viel Liebe. Sie müssen ihn wieder mitnehmen. Sehen Sie? Er mag sie. Das ist nicht gut. Er wird sich an mich gewöhnen und dann bin ich nicht mehr da. Sowas sollte man ihm nicht zumuten. Sie werden doch viel Freude aneinander haben. Probieren Sie es einfach aus mit ihm. Ich kann hier sowieso nicht mitnehmen. Geben Sie nicht auf. Bitte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Und dir auch. Ach übrigens, er hat noch keinen Namen. Na dann, wir kommen auf keinen Lund da. Wir sollten sowas öfter machen. Wir haben einfach viel zu wenig Zeit füreinander. Es wird besser werden, sobald du bei uns eingezogen bist. Obwohl, vermutlich wird dich Jonas von früh bis spät in Anspruch nehmen. Da kannst du gar nicht erwarten, dass du endlich ganz ernst bist. Ah, ich freue mich auch auf ihn. Er ist schon wie ein eigener Sohn für mich. Und das ist der Sidecar. Eigentlich ein Klassiker, aber ich habe bei den Zutaten ein bisschen was variiert. Nicht schlecht. Ungewöhnlich. Aber echt nicht schlecht. Heute Abend um 21 Uhr ist die Eröffnung. Kannst du da schon? Kein Problem. Sehr gut. Das Vertragliche regelst du dann heute Abend mit Nina. Also bis heute Abend. Okay. Und? Ich habe mich entschieden. Der Letzte war's. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, wir hätten heute nur einen Marktheber. Alles wird gut. So. Und ich muss jetzt los haben. Ey, das kannst du nicht machen. In fünf Stunden ist hier die Hölle los. Keine Panik. Lina. Lina, das wird ein Riesen-Erfolg. Ich habe es nur gespürt. Also bis gleich. Ich brauche ungefähr zwei Stunden. Wo treffen wir uns? Ich werde mich einfach ein bisschen treiben lassen. Ich habe kein besonderes Ziel. Wie wäre es denn um sechs im Operncafé? Vielleicht sollten wir vorher noch bei Markus reinschauen. Den Möbelladen? Was wollen wir denn da? Ich hätte mir gedacht, vielleicht bringe ich zum Einzug einen neuen Kleiderschrank mit. Gute Idee. Meiner wird wahrscheinlich zu klein sein für uns. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also gut. Lass uns Möbel ansehen gehen. Und danach gehen wir essen, ja? Viel Spaß, Lina. Danke. Hallo, Thomas. Ihre Mutter sitzt dort unten. Ah ja. Danke, Schwesterina. Gerne. Hallo, schöne Frau. Das sind Pfingsthosen, Mama. Deine Lieblingsblumen. Erinnerst du dich an ihren Duft? Im Sommer hast du dir jeden Montag einen Strauß von ihnen gekauft. In diesem kleinen Blumenladen. An der Buster gehabt dann. Am liebsten die leuchtend roten. Eigentlich wollte ich dich ja heute abholen. Heute Abend eröffne ich nämlich meine neue Bar. Ich habe dir davon erzählt. Ach Mama, komm doch zurück. Komm, mein Kleiner, komm. Wir müssen nach Hause, ja? So ist es schön. Ja, ja. Ich bin müde. Du hast ja recht. Ausruhen kannst du dich später immer noch. Herr Hanson, was machen Sie denn? Ich habe Ihre Stimme gehört. Ja. Der Hund ist so lebhaft. Und da habe ich plötzlich auch Lust bekommen, mir ein bisschen die Beine zu vertreten. Aber Sie müssen auf sich aufpassen. Ja, ja. Es ist so schön hier draußen. Ich sehe dem Kleinen gern zu. Er ist so, so lebendig. Haben Sie ihm denn schon einen Namen gegeben? Ich weiß ja nicht, was zu ihm passt. Franz, Franz, Mika, Petter. Ich habe keine Ahnung. Warum nicht Mika? Was? So hieß doch der kleine Stoffhund, den Ihre Tochter damals zurück... Keine Angst. Ich fange nicht an zu toben, nur weil Sie von Greta reden. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, wie schwer Ihnen das fällt. Mika ist gut. Vielleicht gefällt dir der kleine Mika. Was meinst du? Bestimmt. Sie haben mir doch erzählt, dass Ihre Tochter ganz vernarrt in Hunde war. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie den Kleinen mögen würde. In einer halben Stunde ist das Essen fertig. Ach, ähm. Mia, noch was. Gleich morgen früh. Machen Sie sich auf die Suche nach ihr. Ich muss sie noch einmal sehen. Ich soll Ihre Tochter suchen? Nicht suchen. Finden sollen Sie sie. Hey! Sind Sie okay? Danke. Alles in Ordnung. Wenn Sie das Hemd reinigen lassen wollen, dann... dann zahle ich das selbstverständlich. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen meine Adresse und dann... Dann schicken Sie mir die Rechte. Keine Aufregung. Ja, keine Aufregung. Wissen Sie was? Diesen Schreck nehmen wir erstmal ein Trink. Das ist mein Laden. Kommen Sie. So. Dann heiße ich Sie in meiner Bar. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen immer ein volles Haus. Sagen Sie, hätten Sie nicht Lust heute Abend zur Eröffnung zu kommen? Ich würde mich wirklich sehr freuen. Das ist wirklich nett, aber ich bin noch verabredet. Ich kann le... Entschuldigung. Ja? Paul! Nein, der ist gerade nicht zu erreichen. Was? Das tut mir leid. Natürlich. Ich hole ihn gleich aus der Besprechung, ja? Und wir machen uns dann auf den Weg. Bis dann Mia. Ich muss gehen. Vielen Dank für alles. Viel Erfolg heute Abend. Thomas. Thomas Fredericks. Ist irgendwas passiert? Kann ich Ihnen helfen? Danke. Ich muss nur schnell weg. Er ist einfach eingeschlafen. Ganz friedlich. Wir müssen Greta benachrichtigen. Morgen, Thomas. Ich habe Frühstück und die Zeitung. Ich schlaf noch. Ach, dann interessiert es dich also gar nicht, was die über unsere Eröffnung schreiben, ha? Doch. Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir! Hier! Stockholm hat eine neue Innbar, das Thomas. Mit exotischen Drinks, viel Prominenz und cooler Musik haben Thomas Fredericksen und Lina über Öl und den Nerv der Stockholmer Society getroffen. Das ist ja großartig! Weißt du, was das bedeutet? Ja! Unser Laden wird eine Goldgrube! Telefon! 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 Ja, bei Thomas Fredericksson? Ähm, nein, den können Sie gerade nicht sprechen. Rufen Sie später nochmal an. Nein, seine Mutter ist nicht hier. Greta ist im Sanatorium. Sie... Wie? Okay, ähm, sagen Sie ihm das selbst. Irgend so ein Anwalt, der sagt, sein Großvater ist gestorben. Thomas Fredericksson? Ja, aber ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe keinen Großvater. Ja. Wiederhören. Was war das denn? Warum interessiert es dich nicht, dass sein Großvater gestorben ist? Wieso? Weil ich ihn nie in meinem Leben kennengelernt habe? Weil er meine Mutter und mich ignoriert hat? Weil... Ach, ist doch auch egal. Du kennst doch die Geschichte. Ja. Ich habe mit Magnus Hanson nichts zu tun. Und warum hat dieser Anwalt angerufen? Hallo! Kann es sein, dass er dir was vererbt hat? Kann schon sein. Und wenn schon. Ich glaube, meine Mutter hat mal gesagt, er hat im Bauernhof. Aber das interessiert mich alles nicht. Hey, wir haben Pläne. Göteborg, Oslo, Kopenhagen. Wir können jede Krone brauchen. Wir können jede Krone brauchen. Ich habe Magnus Tochter wohl nicht gefunden. Ich habe nichts von dem Nachwuchsverwalter gehört. Mir hat wohl eine Adresse in Stockholm gefunden, aber da wohnt sie wohl nicht mehr. Wenn sie nicht gefunden wird, wer hat denn das gut? Gute Frage. Keine Ahnung. Vielleicht der Staat? Ich habe mir auf jeden Fall schon mal nach einem anderen Job angehört. Und hast du einen gefunden? Hm. Nicht so einfach. Hier in der Gegend jedenfalls braucht niemand einen Gutsverwalter. Du willst doch nicht weggehen, oder? Wer immer das gut übernimmt, wird einen tüchtigen Verwalter brauchen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass... Ja, es ist ja auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Vielleicht verkauft, trägt er das gut, oder wird ein Hotel draus. Ich will auf jeden Fall vorbereitet sein. Das geht nicht. Du kannst nicht weggehen. Du wirst doch demnächst bei uns einziehen. Natürlich gib Paul nicht weg. Du musst doch gar nichts überstürzen. Jemand wie du findet immer einen Job. Und bestimmt auch hier in der Nähe. Ich muss los. Die Praxis ist bestimmt schon voll. Woher muss ich noch das Pferd von Lundgren ansehen? Es steht so ein paar Tagen auf der Weite und frisst nicht. Kommst du mit? Ich setze dich zu Hause ab. Lippe Paul, ich helfe ihm beim Boot. Entschuldigen Sie? Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich... Das sind ja Sie. Wohnen Sie hier in der Gegend? Hallo. Läufen Ihre Bar schon so gut, dass Sie Urlaub machen können? Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie noch mal vorbeikommen. Dann hätten Sie sich selbst überzeugen können, wie mein Laden eingeschlagen hat. Ich bin nicht so oft in Stockholm. Allerdings das nächste Mal wäre ich vermutlich schon vorbeigekommen. Versprochen? Ähm... Karin. Karin Westerwick. Wo wollten Sie hin? Ach so, ja. Nach Granlunda. So gut von Magnus Hanson? Ja. Und ich hatte schon Angst, dass ihr die Kälber vielleicht gar nicht mehr haben wollt. Jetzt, wo Magnus nicht mehr da ist. Vertrag ist Vertrag. Und solange wir nicht wissen, wer Granlunda erbt, geht der Betrieb weiter wie bisher. Ja. Das ist gut zu wissen. Bist du nach 18? Na hör mal, seit wann mach ich denn sowas? Ja. Das war's. Ja. 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 Entschuldigen Sie, bin ich hier richtig auf dem Gut von Magnus Hanson? Ja, das sind Sie. Allerdings, Magnus Hanson ist vor ein paar Jahren... Ja, er ist tot, ich weiß. Deswegen bin ich hier. Kann ich irgendwas für Sie tun? Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich wollte mich eigentlich nur mal umschauen. Ach so, ja. Ich glaube, das Ganze gehört jetzt mir. Ich bin Thomas Fredrikson, der Enkel von Magnus Hanson. Ach, Sie sind Gretas Sohn? Ja. Ich bin der Sohn der verlorenen Tochter. Kennen Sie meine Mutter? Ja, natürlich kenne ich Greta. Hab sie allerdings lange nicht gesehen. Na, kein Wunder. Seit der alte Magnus sie hier vom Hof gejagt hat, damals vor 33 Jahren, war sie nie mehr hier. Wie geht es, Greta? Es geht ihr gut. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Ich bin seit fast 35 Jahren der Verwalter hier. Mein Name ist Paul Edding. Paul, kannst du kurz kommen? Irgendwas ist mit dem Fohlen nicht in Ordnung. Habt ihr Karin alarmiert? Ist schon unterwegs. Ich hole heißes Wasser. Du kannst ruhig schon in den Stall gehen. Ich bring das Wasser dann rüber. Wer ist denn das? Thomas Friedrikson. Gretas Sohn. Was? Ich wusste gar nicht, dass Greta einen Sohn hat. Und Magnus einen Enkel. Bist du sicher, dass er das wirklich ist? Ich dachte, der Nachlassverwalter ist nicht fündig geworden. Anscheinend hat er zwar Greta nicht gefunden, aber ihren Sohn. Er sagt, er wäre der Erbe von Gran Lunda. Lina. Ja, ich bin's. Ja, ich bin schon hier. Wie es ist. Na ja. Schön. Und ziemlich groß. Das ist nicht der kleine Bauernhof, wie wir uns gedacht haben. Der Nachlassverwalter hat gesagt, Magnus Hanson hat mich zum Alleinerben eingesetzt. Ja. Du kannst dir also schon mal überlegen, wo wir unsere nächsten Bars eröffnen. Paris, London, New York. Nein, ich weiß noch nicht genau, wann ich fertig bin. Es gibt bestimmt noch einige Formalitäten zu erledigen. Ja, aber wenn alles unter Dach und Fach ist, komme ich nach Hause. Mach's gut. Bis dann. Thomas. Thomas. Dann sitzt es also doch. Ich glaube, man erwartet Sie schon. Ja, ich muss schnell in den Start. Hallo. Sie müssen Thomas sein. Magnus' Enkel. Er hat's geschafft, unser kleiner Hengst. Er ist über dem Berg. Ja, Stella. Brauchst du keine Sorgen mehr machen. Du bist ein tolles Mädchen. Und ziemlich fit. Ja, du bist ein tolles Mädchen. Ich glaube, jetzt können wir alle einen Schnaps vertragen. Oh nein, danke. Nicht für mich. Ich muss noch fahren. Wieso? Sie bleiben doch über Nacht bei uns. Ich meine, Sie müssen sich doch mit allem vertraut machen. Also, wenn es noch was zu erledigen gibt, dann nehme ich mir ein Hotel in der Stadt. Ja, wie? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, ich behalte das gut und werde Bauer? Nein, nur... Gran Lunda ist seit Generationen im Besitz der Hansons. Und... Und das ist jetzt vorbei. Ich werde das gut so schnell wie möglich verkaufen. Hallo? Ja. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich hier ein Hotel finde? Ja, da oben. Mika, warte! Tut mir leid, dass wir Ihnen nichts mehr anbieten können. Das macht doch gut. Aber wenn Sie runter zum Hafen gehen, dann 500 Meter am Kai entlang und dann nach rechts, da finden Sie gleich das Nelsen auf der linken Seite. Die haben eine ausgezeichnete Küche. Ich wohne auf meinem Gepäck. Ach, geben Sie es einfach meinem Sohn. Das ist nett. Wart mal. Das ist für dich. Danke! Hallo, Thomas! Ich wollte Ihnen etwas bringen. Sagen Sie, woher wussten Sie, dass ich hier bin? Es gibt hier nur ein Hotel. Hier. Der Kleine hier, der gehört Ihnen. Er hat Ihrem Großvater an seinem letzten Tag viel Freude bereitet. Das geht nicht. Ich wohne in Stockholm, da kann ich keinen Hund haben. Er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Auf dem Hut haben alle viel zu viel zu tun. Aber das ist unmöglich. Ich habe gar keine Ahnung von unten. Keine Sorge. Er wird Ihnen schon zeigen, was er will. Sie müssen sich nur darauf einlassen. Er heißt übrigens Mika. Mika? Das ist dein neues Herrchen. Thomas wird gut auf dich aufpassen. Sie sind ganz schön... Ich bin Tierärztin. Ich kümmere mich nur um das Wohl meiner Patienten. Und was ist mit mir? Menschen bin ich nicht zuständig. Das ist aber schade. Ich muss wirklich los. Mach's gut, Mika. Und pass gut auf dein neues Herrchen auf. Wiedersehen, Thomas. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit hier. So läuft das aber nicht. Sie müssen wenigstens mit mir einen Kaffee trinken gehen und mir die Grundlagen der Hundeerziehung beibringen. Für Kaffee habe ich keine Zeit. Wenn Sie wollen, können Sie mich ein Stück auf dem Weg zu meinem Patienten begleiten. Gut. Darf ich? Pass auf! Hey! Da bist du ja! Dachte schon, du willst mir nicht mehr helfen. Aber man hat gesagt, ich muss immer nach Hausarbeiten machen. Das ist hier ziemlich streng. Ach, hat's ja auch recht. Hausaufgaben sind wichtig. Aber jetzt bist du ja da. Hol dir mal ein Schleifpapier. Ich habe nämlich eine sehr schöne Aufgabe für dich. Die Stelle hier. Die musst du mit der Hand schleifen. Und schön sorgfältig. Wie immer. Schön hier bei uns, oder? Es ist auf jeden Fall stiller als in der Stadt. Mögen Sie keine Natur? Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Ich habe immer in Städten gelebt und eigentlich nichts vermisst. Dachte ich jedenfalls. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dauernd Asphalt und Verkehrslärm. Ich brauche diesen weiten Blick und den Puch des Waldes. Mie, Mieka! Bist du verrückt geworden? Hier geblieben, Kleiner. Da haben wir dich wieder. Sehen Sie, wenn Sie jetzt nicht gewesen wären, dann wären wir ertrunken. Sie hätten ihn genauso rausgezogen wie ich. Danke. Ich muss los. Ich habe schließlich keinen Urlaub. Mach's gut, Mieka. Tschüss, Thomas. Was haben Sie sich nur gedacht, Magnus? Dass der Junke begeistert ist über das Erde? Ich verstehe Sie nicht. Warum haben Sie nicht früher nach ihm gesucht? Thomas! Das ist ja schön, dass Sie gekommen sind. Ich dachte, ich würde... Ich weiß nicht, was ich dachte. Ich wollte eigentlich nur wissen, was das für ein Mensch war, der in der Lage war, sein einziges Kind zu verjagen. Sie war gerade mal 18. Völlig auf sich selbst gestellt. Und... Sie kennen ja die Geschichte. Ich, ähm... Ich bin ja damals noch nicht hier gewesen. Ich weiß nur, was Ihr Großvater mir erzählt hat. Es hat sie lange gedauert, ehe er darüber reden konnte. Er sagte, er und Greta hätten sich furchtbar gestritten. Es seien schreckliche Worte gefallen. Ja, und dann ist sie davongelaufen. Davongelaufen? Das hat er Ihnen erzählt? Er hat sie vom Hof gejagt. Sie hatte gar keine andere Wahl. Aber... Aber Ihr Großvater hat das sofort bereut. Er hat sie gesucht und sie angefläht, zu ihm zurückzukommen. Aber sie wollte nicht. Das ist eine Lüge. Er hat nichts unternommen, um Sie zu suchen. Oder mich. Er hat 33 Jahre lang nichts von mir wissen wollen. Sein einzigen Enkel. Aber Ihr Großvater war sehr traurig darüber. Ja, das stimmt. Und... Am Abend seines Todes bat er mich, Greta zu suchen. Ich denke, er wollte sich wieder mit ihr versöhnen. Wie geht es ihr eigentlich? Warum ist sie nicht mitgekommen? Hierher? Thomas! Warten Sie! Bitte! Es gibt so viel zu reden. Ach! Mika ist jetzt bei Ihnen. Das ist ja schön. Er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Ich habe eigentlich nichts am Hut mit Hunden. Das sieht aber nicht so aus. Der Kleine scheint Sie zu mögen. Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich mit ihm in Stockholm machen soll. Naja. Das wird sich finden, nicht? Nicht zu ungut, Mia. Aber ich muss los. Sie wollen schon wieder zurück? Ja, bezogenermaßen. Im Hotel sind keine Hunde erlaubt und ich habe nicht vor, im Auto zu schlafen. Ja, aber Sie können doch auf Granlunda schlafen. Ich würde mich wirklich freuen. Nein, Mia. Bitte. Nein. Sie sind genauso stur wie Ihr Großvater. Das kann schon sein. Wie Sie meinen. Aber ich sage Ihnen was. Die Dinge geschehen nicht zufällig. Man sollte nicht vor Ihnen davonlaufen, sondern sich Ihnen stellen. Ich glaube, wenn Ihre Mutter und Ihr Großvater das auch getan hätten, dann wäre manches anders gekommen. Na, komm. Na, Frau Frederiksen? Wie geht es Ihnen? Ich weiß schon, das ist normalerweise die Zeit, in der Thomas kommt. Aber er hat einen sehr wichtigen Termin. Ich soll Ihnen sagen, dass er Sie bald wieder besuchen kommt. Thomas kommt Sie bald wieder besuchen. Ich verspreche es Ihnen. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen jetzt einen Kakao. So, wie Sie ihn gerne mögen. Heiß und süß. Heiß und süß. Heiß und süß. Das war's für heute. Da sind Sie ja. Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich um das Grab von Magnus Hansorgen kümmern können. Ich werde Sie selbstverständlich bezahlen. Setzen Sie sich doch. Dann können wir in Ruhe reden. Ich hab wirklich keine Zeit. Ich muss los. Jetzt sind Sie schon mal hier. Sie haben den ersten Schritt getan. Jetzt bleiben Sie auch. Sie werden es sehen. Es wird Ihnen gefallen. Es wird Ihnen gefallen. Was soll ich mit dir machen, ne? Karin! Karin! Thomas! Es tut mir leid, dass ich so spät störe. Aber der Kleine hat irgendwas. Gut, ich komm gleich runter. Also Herz und Atmung sind in Ordnung. Und der Bauch... Ja, der Bauch ist auch ganz weich. Vielleicht hat er einfach nur was Ungewohntes gefressen, hm? Nee. Essen. Ich habe ihm nichts zu essen gegeben. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Na dann, alles klar. Der Kleine hat Hunger. Ich habe es ja gesagt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Hunden. Mach dich das nicht verrückt? Hm? Diese Ruhe. Diese Landschaft. Das ist doch alles zu perfekt. Ach, du müsstest mal hier sein, wenn es schüttet und alles im Nebel versinkt. Obwohl, das hat auch seinen Reiz. So ein Herbstmorgen, wo sich die Sonne mühsam durch den dicken Nebel kämpfen muss und alles rosarot gefärbt ist. Ja, was mit Theater, Kino, Shopping? Ganz einfach. Dann setze ich mich ins Auto und fahre nach Uppsala oder nach Stockholm. Wohne ein paar Tage mit Freunden, atme Stadtluft, schlage mir die Nächte um die Ohren. Ah? Ja. Das nächste Mal nehme ich einen Trink in einer Bar. Ja, und dann freue ich mich, wieder hier zu sein. Ist doch ganz normal. Ich fühle mich hier wohl, weil ich hier lebe, hier arbeite und natürlich weiß Jona sehr gut geht. Hm. Leider nicht selbst gemacht. Im Backen bin ich eine Niete. Aber dafür hast du ein gutes Händchen beim Einkaufen. Die sind sehr lecker. Danke. 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 Klamlunder ist seit über 200 Jahren Familienbesitz. Ich finde sowas toll. Ich meine ein Haus zu erben, in dem schon seine Vorfahren gelebt haben. Das so viel zu erzählen hat. Warum nimmst du dir nicht ein bisschen Zeit? Dieser Paul Ist das eigentlich ein guter Verwalter? Ein sehr guter Er liebt das gut, du kannst ihm vertrauen Der alte Hanson, was war das für ein Mensch? Ich habe ihn erst vor vier Jahren kennengelernt Als es mich nach meiner Scheidung hierher verschlagen hat Er war ein toller Mann Ein komplizierter Mann, der keinen so richtig an sich herangelassen hat Ich hatte keine Ahnung, was er mit sich rumgetragen hat Meine Mutter hasst ihn Aber das heißt doch nicht, dass du ihn auch hassen musst Es tut mir leid Ich weiß, es geht mich alles nichts an, es ist nur... Ja Ich finde es schade, dass ihr euch nicht kennengelernt habt Schade und traurig Ich meine, vielleicht hättet ihr euch ja verstanden, du und dein Großvater Mir meint er, er hat es bereut, dass er meine Mutter hinausgeworfen hat Das kann ich mir gut vorstellen Ihr hättet alle eine Chance verdient, euch wenigstens auszusprechen Vielleicht Ich finde es wirklich sehr schön hier Ja Ja, ich binawan, ich bin ein Kind Ja, ich bin ein Kind Ich bin ein Kind Musik Paul, tut mir leid, der ist im Moment nicht da Ja, ja, ist gut Ich werde es ihm ausrichten, wiederhören Morgen, Mia Morgen Gibt es Kaffee? Gleich Kaffee Erwartest du Gäste? Thomas ist gestern noch gekommen, ich glaube, er schläft noch Kannst du dir ruhig schon was nehmen? Hier, bevor ich es vergesse, da hat gerade jemand für dich angerufen Ludwig Strindholm Er hat einen Hof in der Nähe von Malmö Er sucht einen Verwalter Du willst also tatsächlich weg? Weißt du, dass Thomas verkaufen will? Er weiß, was er aus kann und er wird Er will auf jeden Fall vorbereitet sein Danke Wofür? Für diese wunderschöne Nacht Ich hätte nie gedacht, dass es so aufregend sein kann, eine ganze Nacht lang zu spazieren Ich muss dir was sagen Du bist verheiratet? Ich verheiratet nicht, aber es gibt einen Mann in meinem Leben, ja Ist das was Ernstes? Wir wollten demnächst zusammenziehen Jonas liebt ihn wie seinen Vater Und du? Liebst du ihn auch? Hättest du mich das für eine Woche gefragt, dann hätte ich ja gesagt Ja, ich liebe ihn Hey Mama Morgen Schatz Ich habe dich überall gesucht Wo warst du denn? Hey, du hast ja meinen Mika Danke Ich war schocken und da habe ich Thomas getroffen Er ist ein Freund Hallo Jonas Freut mich, dich kennenzulernen Hey Wo ist denn eigentlich meine Sporthose? Auf der Leine Ich mache gleich Frühstück Geh schon mal hoch, ja? Mutterpflichten Wiedersehen, Thomas Ich wünsche dir noch einen schönen Tag Wieso redest du nicht mit ihm? Sag ihm, dass er Granlunda nicht verkaufen darf Sag ihm, dass du für ihn arbeiten wirst Verdammt noch mal, Paul Sag ihm, dass du an Granlunda hängst Guten Morgen Morgen Ich wollte nur fragen, ob ich vielleicht einen Kaffee haben könnte Ja, natürlich, Thomas Frühstücken Sie mit uns Wie mögen Sie die Eier? Ich hoffe, Sie haben sich jetzt nicht so viel Mühe mit dem Frühstück für mich gemacht Und mir reicht morgens eigentlich eine Tasse Kaffee Milch, Zucker? Danke, gar nichts Wie Paul Er trinkt den Kaffee auch mal schwarz Haben Sie sich alles angesehen? Sie werden sehen, alles gut in Schuss hier Wir sind einer der erfolgreichsten Landwirtschaftlichen Betriebe hier in der Gegend Unsere Kühe werden jedes Jahr prämiert Wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen gerne unsere Bücher zeigen Ja, du würdest ja gerne sehen Ja, natürlich Ich leg Ihnen die Bücher in meinem Büro zurecht Und wenn Sie was wissen wollen, dann fragen Sie Das ist sehr nett von Ihnen Keine Ursache Sie sind der Boss Sie sind der Boss Da Laura, Sia ist nicht krank Sie ist schwanger Anscheinend ist ein anderes Meerschwärnchen doch kein Weibchen Sie bekommt Junge? Das ist ja toll Meinst du denn, du findest genügend Plätze für die Kleinen? Natürlich Okay Dann war es das für heute Aber du solltest darüber nachdenken, ob du sie nicht nach der Geburt kastrieren lassen willst Sonst hast du in ein paar Jahren Hunderbe von kleinen Meerschweinchen, die du dann keine abnimmst Ich werde darüber nachdenken Okay Dann bis zum nächsten Mal Wiedersehen, Frau Doktor Ist gut Paul, was sollst du denn hier? Ich will mich gar nicht vordrängen Ich wollte nur das hier schnell abgeben Ich habe gestern in deiner Küche gesehen, dass deine Vorräte zu Ende gehen Ich bin das lieb von dir und wirklich aufmerksam Dann wollte ich dich noch schnell was fragen Ja Willst du mich heiraten, Karin? Paul, ich Ja Ich weiß, von heiraten waren die die Rede Also, entschuldige, wenn ich dich jetzt hier damit so überfalle Aber ich habe mir gedacht Wir wollen doch sowieso zusammenziehen Und dann dachte ich mir Warum machen wir nicht gleich Nägel mit Köpfen? Damit alles klar ist Ehrlich gesagt Ich hatte nicht vor, nochmal zu heiraten Eine gescheiterte Ehe reicht mir eigentlich Ich finde es nicht notwendig zu heiraten Ja, ja, wahrscheinlich, ja Thomas Frederikson Ja, da sind Sie richtig Ja, da hat mein Anwalt recht Ja, ich will Granlunda verkaufen Kennen Sie das gut? Dann würde ich sagen, kommen Sie doch einfach mal vorbei und sehen Sie sich alles an Dann reden wir Wann? Gut, ich werde da sein Bis dann, Herr Pettersen Das machst du gut Sieht aus, als würdest du immer schon reiten Danke Das habe ich alles dir zu verdanken Ich hatte schon vergessen, wie viel Spaß es bringt zu reiten Ohne dich wäre ich wahrscheinlich schon in Stockholm Und ich hätte wahrscheinlich auch schon Granlunda längst verkauft Bitte nicht Ich glaube, ich will das nicht Was willst du nicht? Ich kann mich nicht in dich verlieben, Thomas Es geht nicht Ich hätte mich erst gar nicht auf dich einlassen dürfen Es war falsch Nein Das war es nicht Alles, was zwischen uns passiert ist, war richtig Ja, vielleicht Schon möglich, dass es das ist, aber Kannst du so jemandem widerstehen? Hey Lars Oh, Mia, warte Wie geht's bei euch auf dem Gut? Geht alles seinen Gang Herr Hansson fehlt uns natürlich Aber wir geben alle unser Bestes Ich hab gehört, Greta so will verkaufen Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen Er muss sich ja jetzt erstmal mit allem vertraut machen Ich drücke euch die Daumen Danke Die neue Adora Damit wäscht man gerne V-Zug Schweizer Perfektion für zu Hause Übrigens Sunrise beleidt der erste Platz beim Comparis in den Äpfelgleich Wechselt sie jetzt Paul? Störe ich Sie? Nein, gar nicht Kommen Sie Ich hab alles vorbereitet Hier liegen die Bücher der letzten zehn Jahre Sieht alles sehr professionell aus Ich werd ein bisschen brauchen, bis ich mir alles angesehen habe Nehmen Sie sich ruhig Zeit Ich muss sowieso in den Stall Wenn Sie mich brauchen oder Fragen haben, Sie müssen euch binden Darf ich Sie was fragen? Wie geht es Ihrer Mutter? Sie haben gesagt, Sie hatten sie gekannt Ja, sie war gerade 18 geworden Sie war das schönste und fröhlichste Mädchen, das ich hier gesehen habe Geht es ihr denn gut? Warum ist sie denn nicht mitgekommen? Sie ist immer noch eine wunderschöne Frau Sie war die beste Mutter, die man sich vorstellen kann Ja, wie konnte es dazu kommen, dass sie diesen Ort so gehasst hat? Sie hat von Granlunda immer gesprochen, als wäre es die Hölle Und ich finde ein Paradies vor Warum hat Magnus Hanson Sie daraus vertrieben? Können Sie mir das sagen? Wie konnte dieser Mann so grausam sein und sein einziges Kind rauswerfen? 18 Jahre Und schwanger Rita war schwanger? Das kann doch nicht sein Das hätte Magnus Hanson nicht getan Sechs Monate, nachdem sie Granlunda verlassen hat, bin ich auf die Welt gekommen Und jetzt frage ich Sie Wieso hat dieser Mann das gemacht? Wieso? Ich weiß es nicht Ich hätte es nicht gewusst Er hat gesagt, dass sie sich gestritten haben und dass Greta einfach weggelaufen wäre Aber warum es dabei ging Hat er nie erzählt Ach, das wissen Sie nicht Ich werde Ihnen sagen, worum es ging Er wollte meine Mutter dazu zwingen, ihm zu sagen, wer der Vater des Kindes ist Wahrscheinlich wollte er den Typen umbringen oder dazu bringen, meine Mutter wenigstens zu heiraten Aber Sie konnte oder Wollte es ihm einfach nicht sagen Und das hat ihn so geärgert, dass er sie vor eine Wahl gestellt hat Entweder sie sollte das Kind abtreiben oder sie sollte das Gut verlassen Meine Mutter hat sich für ihr Kind und gegen ihren Vater entschieden Sie hat mir erzählt An dem Morgen, als sie gegangen ist So mitten im Januar Der Schnee lag mehr als einen halben Meter hoch Da wusste sie ganz genau, dass sie nie wieder zurückkommen würde Und dass sie nie aufhören würde, ihren Vater zu hassen Sagen Sie, Thomas Wie geht es Ihrer Mutter? Ist sie glücklich? Sie hatte einen Autounfall vor fünf Jahren Ist sie... Nein, sie ist nicht tot Aber sie ist auch nicht mehr richtig lebendig Paul Geht's dir nicht gut? Das kann doch nicht sein Das kann doch einfach nicht sein Was? Wenn das war's, was er mir erzählt hat, dann... Ist er mein Sohn Dann hab ich seit 33 Jahren einen Sohn und weiß nichts davon Wer? Er sagt, Greta wäre schwanger gewesen, als Magnus sie aus dem Haus geworfen hat Mein Gott, Mia, ich war doch der einzige Mann, mit dem sie damals zusammen war Der erste und der einzige Das Kind kann nur von mir gewesen sein Jetzt verstehe ich das Als meine Frau gestorben war, hab ich so lange versucht, mit Greta Kontakt aufzunehmen Und eines Tages hab ich sie wieder gesehen, zufällig, in Stockholm Sie ging mit einem Mann und einem Jungen die Straße entlang Sie wirkten glücklich, wie eine ganz normale Familie Wäre doch nie auf die Idee gekommen, dass dieser Junge mein Sohn sein könnte Hab ich dich, du kleiner Ausreißer Gut und gesund Es ist aufpassen, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich die Kleinen impfereins mit nach Hause nehme Du kannst dir gerne eins aussuchen Meine beiden Katzen würden sich bedanken Nein, das geht wirklich nicht Du bist halt doch so süß So, das war's für heute Danke Super, dass du vorbeigekommen bist Sag mal, irgendwie siehst du verändert aus Hast du vielleicht eine neue Frisur? Klar, neue Frisur Wie findest du sie? Klasse, mach dich mindestens zehn Jahre jünger Ich hab ja die Brummel Bis zum nächsten Mal, Anne, tschüss Ja? Thomas? Nein, nein, lieber nicht Gut, aber nur ein paar Minuten, ja? Bis gleich Thomas! Thomas! Thomas, ich muss mit dir reden Nicht jetzt Ich muss los Tut mir leid Ich liebe dich, aber ich kann das nicht, Karin Ah, mein Handy Das hatte ich vergessen Danke Schmeckt's nach Sonne Ein bisschen nach Salz Das ist gut Hast du meine SMS nicht bekommen? Wir dürfen das nicht tun Was dürfen wir nicht tun? Bitte lass uns damit aufhören, ja? Kannst du das? Einfach deine Gefühle ausschalten wie eine Lampen Es würde sowieso nicht gut gehen Karin, red doch nicht solchen Quatsch Ich will mit dir zusammen sein Wenn du das auch willst, dann schaffen wir das Ich will dich nicht mehr hergeben Ach so Ich will deine 거 Ich will die Hallo. Guten Tag. Wirklich ein tolles Anwesen hier. Ich bin Jörn Pedersen. Bin zwar ein bisschen früh dran, aber kann ich mich noch ein bisschen umsehen. Ja, wieso wollen Sie das? Interessieren Sie sich für unser Vieh oder für was? Naja, ich will wenigstens vorher alles sehen, bevor ich mich entscheide, es zu kaufen. Das ist eine Irrtung. Brandlunder steht nicht zum Verkauf. Nicht? Aber ich habe doch mit einem Herrn Frederikson telefoniert. Er sagte mir, dass er so schnell wie möglich verkaufen will. Wir sind um vier verabredet. Ja, er hat es sich anders überlegt. Tut mir leid, wenn Sie umsonst gekommen sind. Das Kut steht definitiv nicht zum Verkauf. Ja, aber warum sagt er mir denn nicht ab? Ich bin extra aus den Shopping hierher gekommen. Die Fahrt hätte ich mir doch sparen können. Tut mir leid. Ja, mir erst. Wer war das? Niemand. Paul! Du musst Thomas sagen, wer du bist. Wie soll ich das machen? Hallo Sohn, ich bin dein Vater. Deine Mutter, die du so sehr liebst, hat leider verhindert, dass wir uns kennenlernen. Nein, das kann ich nicht. Wenn ich wenigstens vorher mit Greta sprechen könnte. Ja, dann tu das. Frag Thomas, wo sie ist und besuch sie. Kann nicht. Sie hat ja einen Unfall. Na, Greta? Genießen Sie die Sonne? Ist ein wunderschöner Tag heute. Ihr Sohn hat angerufen, aus Granlunda. Ich soll Ihnen sagen, dass er bald wieder zurück ist. Ich hole sie nachher wieder hier ab und bringe sie dann auf ihr Zimmer. Ich habe keine Ahnung, was sich Paul sagen soll. Erst verliert er Granlunda, dann mich. Das kann ich ihm nicht antun. Paul? Paul Edding? Du bist mit Paul Edding zusammen? Er will mich heiraten. Ohne es liebt ihn wie einen Vater. Das kann ich doch nicht alles zerstören, nur weil ich... Wo, weil du was? Weil du dich in mich verliebt hast? Hey, Nika. Ja, ja. Ja, ja, das ist schön. Hallo. Thomas. Hallo, Mia. Hey, Nika. Hey. Sie sehen gut aus. Sie haben ein bisschen Farbe bekommen bei uns. Geht es Ihnen noch gut? Besser als erwartet. Es ist wirklich sehr schön hier. Aha. Ach, äh, da war vorhin übrigens ein Herr Petersen hier. Er wollte sich das gut ansehen. Leider waren Sie ja nicht da. Oh Gott, Petersen, den habe ich auch völlig vergessen. Ja, kein Wunder. Der Akku ist leer. Was wäre denn, wenn Sie gern Lundern nicht verkaufen? Ich meine, Sie könnten das gut doch behalten und Paul würde es weiterleiten, so wie bisher. Das geht nicht. Mia, ich gebe jetzt zu, mir gefällt es ja sehr gut. Aber ich kann einfach nicht vergessen, was meiner Mutter hier passiert ist. Manche Dinge muss man einfach hinter sich lassen. Haben Sie denn Ihrer Mutter schon erzählt, dass Sie Gran Lunda verkaufen wollen? Ich kann nicht mit dir darüber sprechen. Für Sie. Gut, Gran Lunda, Mia Asmundsson am Apparat. Ja, der ist hier. Einen Moment, bitte. Ein Larsson-Sanatorium. Sie sagen, Sie können Sie nicht auf dem Handy erreichen. Ja, was ist passiert? Hey, was ist denn hier los? Heute habe ich gekocht, Mama. Es gibt Gemüsesuppe und danach Pfannkuchen mit Erdbeeren. Ah, das klingt gut. Sag mal, habe ich noch Zeit, schon unter die Dusche zu gehen? Nee, die Suppe ist fertig und Paul wird auch gleich da sein. Hey, Paul, ich muss doch schnell in die Küche, ja? Ich muss mit dir reden. Ich habe noch keine Antwort bekommen auf meinen Antrag. Obwohl keine Antwort, kann ja auch eine Antwort sein. Du weißt, wie sehr ich dich mag, Paul. Ich dachte, du liebst mich. Ich bin so froh, dass es dich in meinem Leben gibt und in dem Leben von Jonas, aber ich habe gemerkt, dass es nicht Liebe ist. Vielleicht könnte die Liebe erwachsen, wenn du uns eine Chance gibst. Es gibt einen anderen, ja? Du hast dich in einen anderen verliebt. In Thomas Fredriksson. Er ist plötzlich in meinem Leben geplatzt. Ich habe doch sowas nicht erwartet, Paul. Aber ich liebe ihn. Wo geht er hin? Hey, Paul, das Essen ist gleich fertig. Ich weiß, dass du dir gewünscht hast, dass Paul und wir eine Familie werden. Ich habe doch auch gedacht, es ist richtig, was wir planen. Aber weißt du, ich habe gemerkt, dass ich Paul nicht genug liebe, um ihn zu heiraten. Es tut mir leid. Aber Liebe kann man nicht erzwingen, das geht nun mal nicht. Wegen diesem blöden Thomas? Nein, nicht wegen ihm. Schau mal, zwischen dir und Paul wird sich nichts ändern. Ich verspreche dir, du kannst ihn sehen, so oft du willst. Ach, da bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Was ist das? Die Adresse eines Sanatoriums. Ich glaube, da findest du Greta. Das sind wunderschöne Blumen, da wird sie sich aber freuen. Ja. Da unten sitzt sie? Gerne. Alles ist gut. Alles ist gut. Hallo. Paul. Entschuldigen Sie, wenn ich so einfach hierher komme, aber ich muss Greta sehen. Mama, du hast Besuch. Hallo Greta. Ich bin es, Paul. Erinnerst du dich an mich? Mama, das ist Paul Edding. Du kennst ihn von früher. Greta. Ich habe so lange nach dir gesucht. Du bist doch genauso schön wie damals. Es tut mir leid, aber ich glaube, Sie sind umsonst gekommen. Nein, es ist gut, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass ich endlich weiß, wo sie ist. Ach, Greta. Sie ist so viel falsch gelaufen. Tut mir so leid, dass ich dich erst jetzt gefunden habe. Ich glaube, sie hat sie erkannt. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen. Wenn ich darf, komme ich bald wieder. Ich gehe jetzt. Vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte. Wiedersehen, Liebes. Bis bald. Paul, warten Sie. Es ist das erste Mal seit lange, dass sie überhaupt reagiert. Sie scheinen hier was ausgelöst zu haben. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich aufgehört habe, nach ihr zu suchen. Ich hätte nicht aufgeben dürfen. Sie haben sie geliebt. Ich habe sie gesehen und ich wusste, das ist die Frau, die ich liebe und die ich immer lieben werde. Sie war so schön, so lebenslustig. Ich habe versucht, mich dagegen zu wehren, weil ich damals noch verheiratet war. Sie hat mich einfach überwältigt. Und dann war sie eines Tages weg. Ich habe nach ihr gesucht. Ich wollte sie sehen. Ich habe ihr Briefe geschrieben. Die kamen ungeöffnet zurück. Eines Tages habe ich eingesehen, dass sie von mir nichts mehr wissen wollte. Erzähl mir von ihr, Thomas. Was hat sie gemacht in ihrem Leben? Sie war eine wundervolle Mutter. Mein Vater, eine liebevolle Frau. Leider ist er bei einem Unfall vor fünf Jahren ums Leben gekommen. Greta war in dem Wagen. Seitdem ist sie in diesem Zustand. Hat sie jemals von mir gesprochen? Nein. Sie hat ihr auch nie gesagt, dass ich dein Vater bin. Sie hat mir gesagt, ich wäre das Ergebnis einer einzigen Nacht. Eine Unbedachtheit mit einem Mann, der nicht wichtig ist. Vielleicht hat sie gedacht, das ist für uns alle das Beste. Hey! Oh Gott sei Dank bist du wieder da. Die haben uns gestern fast durch Brüder eingerannt. Das lief super. Haben wir gut gemacht. Das haben wir wirklich gut gemacht. Sag mal, Lina. Kann ich dich ja morgen noch mal ein, zwei Tage allein lassen? Ich habe noch einige Sachen auf Granlunda zu erledigen. Was für Sachen. Ich dachte, du bist schon dabei, das gut zu verkaufen. Sagst du mir, was los ist? Danke. Das weiß ich selber nicht so genau. Es ist eben nicht so einfach, wie ich dachte. Hat das was mit deiner Mutter zu tun? Ja. Nein. Es geht um eine Frau. Ich habe mich verliebt, Lina. Ziemlich heftig sogar. Ist doch toll! Hey, gratuliere! Mann, ey, ich dachte, du findest nie eine Idee. Es geht aber nicht. Was? Aber du hast doch... Sie ist mit dem Mann zusammen, der mir gerade gesagt hat, dass er mein Vater ist. Ja, aber du liebst sie doch. Mein Gott, ich habe den Mann gerade erst kennengelernt. Soll ich ihn jetzt schon wieder verlieren? Meine Mutter hat mir nie die Chance gegeben, meinen Vater zu finden. Und jetzt? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ja, das freut mich, dass Sie meine Bewerbung in Betrag ziehen, Herr Sprintorgen. Ja, natürlich kann ich vorbeikommen. Mein Problem, wann wäre es Ihnen recht? Wartag, 10 Uhr? Ja, gut. Werde da sein. Bis dann. Hallo, Paul. Hallo. Hallo. Können wir reden? Bezirr, Paul, du musst mir glauben, ich... Ich wollte dir nicht wehtun. Na, das weiß ich doch. Ich kann dir zwar nicht sagen, dass es mir egal ist, aber... Ich akzeptiere, dass du dich in einen anderen Mann verliebt hast. Zumal Thomas... Sehr nett zu sein scheint. Ach, Paul. Hallo, Mia. Thomas. Hey, Mika. Na, mein Kleiner. Hey. Oh, schön, dass Sie da sind. Ich nehme mal an, Sie wissen Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Und ich bin froh, dass endlich alles geklärt ist. Ja, ich auch. Paul und ich, wir werden noch einige Zeit brauchen, um uns besser kennenzulernen, aber... Wir werden uns aber diese Zeit nehmen. Übrigens... Ich habe mich entschlossen, Gran Luna nicht zu verkaufen. Und ich hoffe natürlich, dass Sie unterhalten bleiben. Und dass Paul es gut weiterhin so erfolgreich führt, wie bisher. Was soll das heißen, Sie wollen, dass er bleibt? Natürlich. Er gehört hierher. Außerdem hat Karin hier ihre Praxis. Und Jonas geht hier zur Schule. Ich dachte, Sie und Karin... Karin gehört zu Paul. Sie passen gut zusammen. Hallo, wie soll ich dich eigentlich nennen? Papa kommt mir irgendwie komisch vor. Ach, sag einfach Paul zu mir. Ja, weiß auch nicht, wie man sich verhält, wenn man plötzlich einen erwachsenen Sohn hat. Am besten versuchen wir erst mal, uns kennenzulernen. Dass du deinen Kaffee gerne schwarz trinkst wie ich, weiß ich ja schon. Ich habe mich übrigens entschieden, das gut nicht zu verkaufen. Das bedeutet, ich brauche einen fähigen Verwalter. Was meinst du? Könntest du dir vorstellen für mich, deinen Sohn zu arbeiten? Und was ist mit dir? Ich bin nun mal ein Stadtmensch. Ich konnte mir noch nie ein Leben hier auf dem Land vorstellen. Außerdem läuft meine Bar richtig gut an. Ja, und dann ist da noch Lina. Die würde ich nie zu einem Leben hier draußen im Nirgendwo bewegen können. Lina? Ja, meine Freundin. Wir haben die Barprojekte zusammen entwickelt. Du hast eine Freundin? Ja. Wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen. Die perfekte Beziehung, würde ich mal sagen. Oh. Was ist mit Kari? Kari und ich? Wir sind zu unterschiedlich. Ich meine, ich mag sie. Die ist sehr nett. Aber mehr als seine Freundschaft ist er nicht. Ja, ich muss jetzt auch wieder los. Thomas. Freue mich wirklich. Ich auch. Mach's gut. Na du? Hallo, Mika. Hallo, Thomas. Was ist los? Versteckst du dich vor mir? Ich wollte gerade zu dir kommen, bevor ich zurückfahre. Wie du fährst. Und wann kommst du zurück? Ich möchte dich nämlich nicht allzu lange entbehren. Ich habe schon noch ein paar Stunden sie in Sognad. Ist irgendwas? Es tut mir leid. Aber ich muss in mein altes Leben zurück. Was soll das heißen, altes Leben? Zurück nach Stockholm. In meine Bars. Zu meinen Plänen. Und zu Lina. Lina? Ich bin mit dir zusammen. Das glaube ich jetzt nicht. Du hast doch selbst gesagt, dass es am besten wäre, wenn alles so ist wie früher. Bevor ich gekommen bin. Ich glaube, du hattest recht. Es war wunderschön mit dir. Aber es hatte nichts mit der Realität zu tun. Und du hörst so Paul und ich gehe zurück zu Lina. Willst du mir jetzt sagen, alles, was zwischen uns war, das hat keine Bedeutung? Es tut mir leid, wenn ich dein Leben so durcheinander gebracht habe. Aber ich bin sicher, du und Paul, ihr kriegt das wieder hin. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich mich so hinterher getäuscht habe. Keine Angst. Es wird dir in Stockholm gefallen. Karin. Karin. Ist was passiert? Was frage ich dich? Hast du eine Ahnung, was mit Thomas los ist? Paul ist der Vater von Thomas. Was? Sie wissen es erst seit gestern. Greta hat es wohl nie jemandem erzählt. Thomas ist Pauls Sohn. Das ist es. Genau. Er will seinem Vater nicht die Frau wegnehmen. Mir, das muss es sein. Ich muss los. So, Mama. Vorsicht. Ist das besser? Paula hat mir erzählt, dass er mein Vater ist. Ich mag ihn. Mama. Warum hast du nie mit ihm gesprochen? Vielleicht wäre alles ganz anders geworden. Hallo. Karlin! Wolltest du zu mir? Ich habe gerade überlegt, was ich tun muss, um an deinem Türsteher vorbeizukommen. Kann es sein, dass du deinem Vater nicht die Frau ausspannen willst? Kann es sein, dass du mich deshalb stehen lässt, ohne mich zu fragen, was ich eigentlich will? Ich habe euch gesehen. Ihr gehört zusammen. Aber er würde mit mir nicht glücklich werden. Ich liebe ihn nicht. Ich liebe seinen Sohn. Jede Minute sehne ich mich mehr nach dir. Und ich mich nach dir. Und jetzt? Und jetzt! Hallo, Mama. Hallo, Paul. Hallo. Gut siehst du aus. Mama? Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Karin. Die Frau, die ich liebe. Hallo, Greta. Was hältst du davon? Ich wollte Greta gerne nach Granlunda holen. Mir und ich, wir würden uns sehr gerne um sie kümmern. Was meinst du? Ich weiß nicht. Sie hat mir immer gesagt, dass sie Granlunda hasst. Es gab eine Zeit, da hat sie es sehr geliebt. Hier ist es so schön, ich gehe nie mehr von hier weg, hat sie immer gesagt. Lass es uns versuchen. Erinnerst du dich an Granlunda? An das schöne rote Haus? An dein Zimmer mit dem breiten Eckfenster, von dem aus man den See sehen kann? An die Pferde, die Kühe und all die Tiere? Granlunda, Mama. Da kommst du her. Die Verhingstrosen. Waren das Schönste auf Granlunda. Wird ein bisschen kühl heute Abend. Danke, Bruder. Das Boot ist im Wasser. Greta, wie geht es dir? Gut, mein Junge. Jeden Tag ein bisschen besser. Du kannst ja im August mit mir und Paul aufs Segel zugehen. Aber hat es erlaubt. Ach, August ist noch ein bisschen zu früh. Aber wir haben ja Zeit, Greta. Es werden noch viele schöne Sommer für uns alle kommen. Hey, Mama. Gut sie so aus. Gut sie so aus. Gut sie so aus. Feuer, Feuer! Scher Kennenommen. So. Oh, Flatik. Ah, Moment. Die hatten wir schon. Glück gehabt. Was hat das in die doppelte Dosis abbekommen? Hey, Paul. Wo bist du? Okay, ich hab' ich wohl nicht aufgepasst. Kein Problem. Dann war's das. Ach, mit denen haben wir echt Glück gehabt. Alle gesund und munter. Das wundert mich nicht. An Luna geht's den Tieren einfach gut. Ich wünschte alle Hilfe, auf die ich komme, wir würden so perfekt geführt. Hallo, Mama. Hey. Hallo, Paul. Hallo. Tschüss. Kann ich jetzt haben, Paul? Na klar. Ach, du bist doch verrückt geworden, Jonas. Wir können doch nicht alle Tiere mit nach Hause nehmen. Was glaubst du, was da los wär? Was machst du überhaupt schon hier? Ich dachte, du hast heute sechs Stunden. Mathe und Sport fahren aus, weil der Sonnebeck sich ein Bein gebrochen hat. Wollte fragen, ob ich zu Pelle darf. Also gut, wenn du die Hausaufgaben nicht vergesst. Und sieben bist du aber spätestens wieder zu Hause. Pelle's Mutter hat gesagt, ich könnte bei Ihnen übernachten. Darf ich, Mama? Ich schlafe auch mehr als zwei Stunden. Ja. Na schön. Super. Tschüss, Mama. Morgen hab ich dir beim Boot, ja, Pa? Hey. Moment. Hiergeblieben. Bis morgen, mein Schatz, ja? Pass auf dich auf, ja? Klar. Mach ich. Ciao. Ciao. Ach, hast du Lust, du könntest mich nach Stockholm begleiten? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich hab um drei einen Termin beim Landwirtschaftsverband. Wie könntest du ein bisschen shoppen gehen? Und dann gehen wir zusammen essen. Oder ins Theater. Das ging toll. Man fahre? In einer halben Stunde? Schaffst du das? Das ist kein Problem. Ich geh nur noch schnell bei Herrn Hanson vorbei und danach kann's losgehen. Ja, tu das, er hat schon nach dir gefragt. Wie geht's ihm denn heute? Er klagt nicht, aber seit dem Schlaganfall ist er nicht mehr eine Alte. Hallo, Herr Hanson. Karin. Das ist nett, dass Sie vorbeischauen. Möchten Sie einen Kaffee? Ich sag mir Bescheid. Danke, lassen Sie nur. Ich hab leider nicht viel Zeit. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht und Ihnen etwas bringen. Äh, was ist das? Sehen Sie nach? Ist er nicht niedlich? Ja. Er war der kleinste Entwurf. Er bin von Bergmanns. Und er braucht viel Liebe. Sie müssen ihn wieder mitnehmen. Sehen Sie? Er mag Sie. Das ist nicht gut. Er wird sich an mich gewöhnen und dann bin ich nicht mehr da. Sowas sollte man ihm nicht zumuten. Sie werden doch viel Freude aneinander haben. Probieren Sie es einfach aus mit ihm. Ich kann ihn jetzt sowieso nicht mitnehmen. Geben Sie nicht auf. Bitte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Und dir auch. Ach übrigens, er hat noch keinen Namen. Na dann. Wir kommen auf kein Lunder. Wir sollten sowas öfter machen. Wir haben einfach viel zu wenig Zeit füreinander. Es wird besser werden, sobald du bei uns eingezogen bist. Obwohl, vermutlich wird dich Jonas von früh bis spät in Anspruch nehmen. Er kann es gar nicht erwarten, dass du endlich ganz ernst bist. Aha, ich freue mich auch auf ihn. Er ist schon wie ein eigener Sohn für mich. Und das ist der Sidecar. Eigentlich ein Klassiker, aber ich habe bei den Zutaten ein bisschen viel Spaß gemacht. Wir haben noch ein bisschen was variiert. Nicht schlecht. Ungewöhnlich. Aber echt nicht schlecht. Heute Abend um 21 Uhr ist die Eröffnung. Kannst du das schon? Kein Problem. Sehr gut. Das Vertragliche regelst du dann heute Abend mit Lina. Also bis heute Abend. Okay. Und? Ich habe mich entschieden. Der Letzte war es. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, wir hätten heute nur einen Backkeeper. Alles wird gut. So. Ich muss jetzt los. Ey, das kannst du nicht machen. In fünf Stunden ist hier die Hölle los. Keine Panik. Lina. Lina, das wird ein Riesen-Erfolg. Ich habe es nur gespürt. Also bis gleich. Ich brauche ungefähr zwei Stunden. Wo treffen wir uns? Ich werde mich einfach ein bisschen treiben lassen. Ich habe kein besonderes Ziel. Wie wäre es denn um sechs im Operncafé? Vielleicht sollten wir vorher noch bei Markus reinschauen. Den Möbelladen? Was wollen wir denn da? Ich hätte mir gedacht, vielleicht bringe ich zum Einzug einen neuen Kleiderschrank mit. Gute Idee. Meiner wird wahrscheinlich zu klein sein für uns. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Also gut. Lass uns Möbel ansehen gehen. Und danach gehen wir essen, ja? Ich habe viel Spaß, Lina. Danke. Hallo, Zufall. Ihre Mutter sitzt dort unten. Ah ja. Danke, Schwester Ina. Gerne. Hallo, schöne Frau. Das sind Pfingstrosen, Mama. Deine Lieblingsblumen. Erinnerst du dich an ihren Duft? Im Sommer hast du dir jeden Montag einen Strauß von ihnen gekauft. In diesem kleinen Blumenladen. An der Buster gehabt dran. Am liebsten die leuchtend roten. Eigentlich wollte ich dich ja heute abholen. Heute Abend eröffne ich nämlich meine neue Bar. Ich habe dir davon erzählt. Ach Mama, komm doch zurück. Das ist ja, da ist ja noch nicht so. Ich muss mich überlegen. Und ich habe einen großen Weg. Da ist ja noch nicht so. Ich wollte mich überlegen. Ja, komm, mein Kleiner, komm. Wir müssen nach Hause. Ja, so ist es schön. Ja, ja. Ich bin müde. Da hast du ja recht. Ausruhen kannst du dich später immer noch. Herr Hanshorn, was machen Sie denn? Ich habe Ihre Stimme gehört. Ja, der Hund ist so lebhaft. Und da habe ich plötzlich auch Lust bekommen, mir ein bisschen die Beine zu vertreten. Aber Sie müssen auf sich aufpassen. Ja, ja. Es ist so schön hier draußen. Ich sehe dem Kleinen gern zu. Er ist so lebendig. Haben Sie ihm denn schon einen Namen gegeben? Ich weiß ja nicht, was du ihm passt. Hans, Hans, Mika, Petter. Ich habe keine Ahnung. Warum nicht Mika? Was? So hieß doch der kleine Stoffhund, den Ihre Tochter damals zurück... Keine Angst. Ich fange nicht an zu toben, nur weil Sie von Greta reden. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, wie schwer Ihnen das fällt. Mika ist gut. Vielleicht gefällt dir der kleine Mika. Was meinst du? Bestimmt. Sie haben mir doch erzählt, dass Ihre Tochter ganz vernaht in Hunde war. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie den Kleinen mögen würde. In einer halben Stunde ist das Essen fertig. Ach, ähm, Mia, noch was. Gleich morgen früh. Machen Sie sich auf die Suche nach ihr. Ich muss Sie noch einmal sehen. Ich soll Ihre Tochter suchen? Nicht suchen. Finden sollen Sie sie. Sind Sie okay? Danke. Alles in Ordnung. Wenn Sie das Hemd reinigen lassen wollen, dann zahle ich das selbstverständlich. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen meine Adresse und dann schicken Sie mir die Rechte... Keine Aufregung. Ja, keine Aufregung. Wissen Sie was? Diesen Schrecken nehmen wir erst mal einen Trink. Das ist mein Laden. Kommen Sie. So. Heiß ich Sie in meiner Bar herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen immer ein volles Haus. Sagen Sie, hätten Sie nicht Lust, heute Abend zur Eröffnung zu kommen? Ich würde mich wirklich sehr freuen. Das ist wirklich nett, aber ich bin noch verabredet. Ich kann le... Entschuldigung. Ja? Paul! Nein, der ist gerade nicht zu erreichen. Was? Das tut mir leid. Natürlich. Ich hole ihn gleich aus der Besprechung, ja? Und wir machen uns dann auf den Weg. Bis dann, Mia. Ich muss gehen. Vielen Dank für alles. Viel Erfolg heute Abend. Thomas. Thomas Fredericks. Ist irgendwas passiert? Kann ich Ihnen helfen? Danke. Ich muss nur schnell weg. Er ist einfach eingeschlafen. Ganz friedlich. Wir müssen Greta benachrichtigen. Morgen, Thomas. Ich habe Frühstück und die Zeitung. Ich schlaf noch. Ach, dann interessiert es dich also gar nicht, was die über unsere Eröffnung schreiben, hm? Doch. Gibt sie mir, 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 gibt sie mir. Hier. Stockholm hat eine neue Innenbar, das Thomas. Mit exotischen Drinks, viel Prominenz und cooler Musik haben Thomas Fredriksen und Lina Oehlung den Nerv der Stockholmer Society getroffen. Das ist ja großartig. Weißt du, was das bedeutet? Ja? Unser Laden wird eine Goldgrube. Telefon. Ja, bei Thomas Fredriksen? Ähm, nein, den können Sie gerade nicht sprechen. Rufen Sie später nochmal an. Nein, seine Mutter ist nicht hier. Greta ist im Sanatorium, sie... Wie? Okay, ähm, sagen Sie ihm das selbst. Irgend so ein Anwalt, der sagt, dein Großvater ist gestorben. Thomas Fredriksen? Ja, aber ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe keinen Großvater. Ja, wiederhören. Was war das denn? Warum interessiert es dich nicht, dass dein Großvater gestorben ist? Wieso? Weil ich ihn nie in meinem Leben kennengelernt habe? Weil er meine Mutter und mich ignoriert hat? Weil... ach, ist doch auch egal. Du kennst doch die Geschichte. Ja. Ich habe mit Magnus Hanson nichts zu tun. Und warum hat dieser Anwalt angerufen? Hallo? Kann es sein, dass er dir was vererbt hat? Kann schon sein. Und wenn schon. Ich glaube, meine Mutter hat mal gesagt, er hätte im Bauernhof. Aber das interessiert mich alles nicht. Hey, wir haben Pläne. Göteborg, Oslo, Kopenhagen. Wir können jede Krone brauchen. Ich habe Magnus Tochter wohl nicht gefunden. Ich habe nichts von dem Nachlassverwalter gehört. Mia hat wohl eine Adresse in Stockholm gefunden, aber da wohnt sie wohl nicht mehr. Wenn sie nicht gefunden wird, wer hat dann das gut? Hm, gute Frage. Keine Ahnung. Vielleicht der Staat? Ich habe mir auf jeden Fall schon mal nach einem anderen Job umgehört. Und hast du einen gefunden? Hm, nicht so einfach. Hier in der Gegend jedenfalls braucht niemand einen Gutsverwalter. Du wirst ja nicht weggehen, oder? Wer immer das gut übernimmt, wird einen tüchtigen Verwalter brauchen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass... Es ist ja auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Vielleicht hauft, wird er das gut, oder wird ein Hotel draus. Ich will auf jeden Fall vorbereitet sein. Es geht nicht, du kannst nicht weggehen. Du wirst doch demnächst bei uns einziehen. Natürlich geht Paul nicht weg. Du musst doch gar nichts überstürzen. Jemand wie du findet immer einen Job. Bestimmt auch hier in der Nähe. Ich muss los. Die Praxis ist bestimmt schon voll. Woher muss ich noch das Pferd von Lundgren ansehen? Es steht zu den Partsagen auf der Weide und frisst ihn nicht. Kommst du mit? Ich setze dich zu Hause ab. Bleib bei Paul, ich rechne mein Boot. Ich rechne mein Boot. Entschuldigen Sie? Können Sie mir vielleicht sagen, wie... Das sind ja Sie. Wohnen Sie hier in der Gegend? Hallo. Läuft denn Ihre Bar schon so gut, dass Sie Urlaub machen können? Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie noch mal vorbeikommen. Dann hätten Sie sich selbst überzeugen können, wie mein Laden eingeschlagen hat. Ich bin nicht so oft in Stockholm. Allerdings das nächste Mal wäre ich vermutlich schon vorbeigekommen. Versprochen? Versprochen. Ähm... Karin. Karin Westerwick. Wo wollten Sie hin? Ach so, ja. Nach Granlunda. Gut von Magnus Hanson? Ja. Und ich hatte schon Angst, dass ihr die Kälber vielleicht gar nicht mehr haben wollt. Jetzt, wo Magnus nicht mehr da ist. Vertrag ist Vertrag. Und solange wir nicht wissen, wer Granlunda erbt, geht der Betrieb weiter wie bisher. Das ist gut zu wissen. Willst du nachzählen? Na hör mal, seit wann mach ich denn sowas? Na hör mal, seit wann. Entschuldigen Sie, bin ich hier richtig auf dem Kut von Magnus Hanson? Ja, das sind Sie. Allerdings, Magnus Hanson ist vor ein paar Tagen... Ja, er ist tot, ich weiß. Deswegen bin ich hier. Kann ich irgendwas für Sie tun? Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich wollte mich eigentlich nur mal umschauen. Ach so, ja. Ich glaube, das Ganze gehört jetzt mir. Ich bin Thomas Fredrikson, der Enkel von Magnus Hanson. Ach, Sie sind Gretas Sohn? Ja. Ich bin der Sohn der verlorenen Tochter. Kennen Sie meine Mutter? Ja, natürlich kenne ich Greta. Hab sie allerdings lange nicht gesehen. Na, kein Wunder. Seit der alte Magnus sie hier vom Hof gejagt hat, damals vor 33 Jahren, war sie nie mehr hier. Wie geht es, Greta? Es geht ihr gut. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Ich bin seit fast 35 Jahren der Verwalter hier. Mein Name ist Paul Edding. Paul! Kannst du kurz kommen? Irgendwas ist mit dem Fohlen nicht in Ordnung. Habt ihr Karin alarmiert? Ist schon unterwegs. Ich hole heißes Wasser. Du kannst ruhig schon in den Stall gehen. Ich bringe das Wasser dann rüber. Wer ist denn das? Thomas Fredrikson. Gretas Sohn. Was? Ich wusste gar nicht, dass Greta einen Sohn hat. Und Magnus einen Enkel. Bist du sicher, dass er das wirklich ist? Ich dachte, der Nachlassverwalter ist nicht fündig geworden. Anscheinend hat er zwar Greta nicht gefunden, aber ihren Sohn. Er sagt, er wäre der Erbe von Grand Lunda. Lina! Ja, ich bin's. Ja, ich bin schon hier. Wie es ist. Na ja. Schön. Und ziemlich groß. Das ist nicht der kleine Bauernhof, wie wir uns gedacht haben. Der Nachlassverwalter hat gesagt, Magnus Hanson hat mich zum Alleinerben eingesetzt. Ja. Du kannst dir also schon mal überlegen, wo wir unsere nächsten Bars eröffnen. Paris, London, New York. Nein, ich weiß noch nicht genau, wann ich fertig bin. Es gibt bestimmt noch einige Formalitäten zu erledigen. Ja, aber wenn alles unter Dach und Fach ist, komme ich nach Hause. Mach's gut. Bis dann. Thomas. Wann sitzt es also doch? Ich glaube, man erwartet Sie schon. Ja, ich muss schnell in den Stall. Hallo. Sie müssen Thomas sein. Magnus' Enkel. Ich bin's. Er hat's geschafft, unser kleiner Hengst. Er ist über dem Berg. Ja, Stella. Brauchst du keine Sorgen mehr machen. Das ist ein tolles Mädchen. Ich bin ziemlich fit. Hey, du bist ein tolles Mädchen. Ich glaube, ich glaube, jetzt können wir alle in Schnaps vertragen. Oh nein, danke, nicht für mich. Ich muss noch fahren. Wieso? Wieso? Sie bleiben doch über Nacht bei uns. Ich meine, Sie müssen sich doch mit allem vertraut machen. Also wenn es noch was zu erledigen gibt, dann nehme ich mir ein Hotel in der Stadt. Ja, wie? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, ich behalte das gut und werde Bauer? Nein, nur, Granlunda ist seit Generationen im Besitz der Hansons und... Und das ist jetzt vorbei. Ich werde das gut so schnell wie möglich verkaufen. Hallo? Ja. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich hier ein Hotel finde? Ja, da oben. Mika, warte! Tut mir leid, dass wir Ihnen nichts mehr anbieten können. Das macht doch. Aber wenn Sie runter zum Hafen gehen, dann 500 Meter am Kai entlang und dann nach rechts. Da finden Sie gleich das Nelsen auf der linken Seite. Wir haben eine ausgezeichnete Klinik. Ich wohne an meinem Gepäck. Ach, geben Sie es einfach meinem Sohn. Das ist nett. Warte mal. Das ist für dich. Danke. Hallo, Thomas. Ich wollte Ihnen etwas bringen. Sagen Sie, woher wussten Sie, dass ich hier bin? Es gibt hier nur ein Hotel. Hier. Der Kleine hier, der gehört Ihnen. Er hat Ihrem Großvater an seinem letzten Tag viel Freude bereitet. Das geht nicht. Ich wohne in Stockholm, da kann ich keinen Hund haben. Er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Auf dem Hut haben alle viel zu viel zu tun. Das ist unmöglich. Ich habe gar keine Ahnung von Hunden. Keine Sorge. Er wird Ihnen schon zeigen, was er will. Sie müssen sich nur darauf einlassen. Er heißt übrigens Mika. Mika? Das ist dein neues Herrchen. Thomas wird gut auf dich aufpassen. Sie sind ganz schön... Ich bin Tierärztin. Ich kümmere mich nur um das Wohl meiner Patienten. Und was ist mit mir? Menschen bin ich nicht zuständig. Das ist aber schade. Ich muss wirklich los. Mach's gut, Mika. Und pass gut auf dein neues Herrchen auf. Wiedersehen, Thomas. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit hier. So läuft das aber nicht. Sie müssen wenigstens mit mir einen Kaffee trinken gehen und mir die Grundlagen der Hundeerziehung beibringen. Für Kaffee habe ich keine Zeit. Wenn Sie wollen, können Sie mich ein Stück auf dem Weg zu meinen Patienten begleiten. Gut. Darf ich? Halt auf! Hey! Da bist du ja! Dachte schon, du willst mir nicht mehr helfen. Aber man hat gesagt, ich muss nochmal eine Hausarbeit machen. Das ist ja ziemlich streng. Na, hat's ja auch recht. Hausaufgaben sind wichtig. Aber jetzt bist du ja da. Hol dir mal ein Schleifpapier. Ich habe nämlich eine sehr schöne Aufgabe für dich. Die Stelle hier, die musst du mit der Hand schleifen. Und schön sorgfältig. Wie immer. Schön hier bei uns, oder? Es ist auf jeden Fall stiller als in der Stadt. Mögen Sie keine Natur? Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Ich habe immer in Städten gelebt. Und eigentlich nichts vermisst. Dachte ich jedenfalls. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dauend Asphalt und Verkehrslärm. Ich brauche diesen weiten Blick und den Tuch des Waldes. Mie, Mieka! Bist du verrückt geworden? Hier geblieben, Kleiner. Da haben wir dich wieder. Sehen Sie, wenn Sie jetzt nicht gewesen wären, dann wäre er ertrunken. Sie hätten genauso rausgezogen wie ich. Ich muss los. Ich habe schließlich keinen Urlaub. Mach's gut, Mieka. Bittesehn, Thomas. Na? Dreht sie sich nochmal um? Ich glaube, sie mag uns. Was haben Sie sich nur gedacht, Magnus? Dass der Junke begeistert ist über das Erde? Ich verstehe Sie nicht. Warum haben Sie nicht früher nach ihm gesucht? Thomas! Das ist ja schön, dass Sie gekommen sind. Ich dachte, ich würde... Ich weiß nicht, was ich dachte. Ich wollte eigentlich nur wissen, was das für ein Mensch war, der in der Lage war, sein einziges Kind zu verjagen. Sie war gerade mal 18. Völlig auf sich selbst gestellt. Und... Sie kennen ja die Geschichte. Ich... Ich bin ja damals noch nicht hier gewesen. Ich weiß nur, was Ihr Großvater mir erzählt hat. Es hat sie lange gedauert, ehe er darüber reden konnte. Er sagte, er und Greta hätten sich furchtbar gestritten. Es sind schreckliche Worte gefallen. Ja, und dann ist sie davongelaufen. Davongelaufen? Das hat er Ihnen erzählt? Er hat sie vom Hof gejagt. Sie hatte gar keine andere Wahl. Aber... Aber Ihr Großvater hat das sofort bereut. Er hat sie gesucht und sie angefläht, zu ihm zurückzukommen. Aber sie wollte nicht. Das ist eine Lüge. Er hat nichts unternommen, um Sie zu suchen. Oder mich. Er hat 33 Jahre lang nichts von mir wissen wollen. Sein einzigen Enkel. Aber Ihr Großvater war sehr traurig darüber. Ja, das stimmt. Am Abend seines Todes bat er mich, Greta zu suchen. Ich denke, er wollte sich wieder mit ihr versöhnen. Wie geht es ihr eigentlich? Warum ist sie nicht mitgekommen? Hierher. Thomas! Warten Sie! Bitte! Es gibt so viel zu reden. Ach! Mika ist jetzt bei Ihnen. Das ist ja schön. Er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Ich habe eigentlich nichts am Hut mit Hunden. Das sieht aber nicht so aus. Der Kleine scheint Sie zu mögen. Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich mit ihm in Stockholm machen soll. Naja. Das wird sich finden, nicht? Nicht zu ungut, Mia. Ja, aber ich muss los. Sie wollen schon wieder zurück? Ja. Gezogenermaßen. Im Hotel sind keine Hunde erlaubt und ich habe nicht vor, im Auto zu schlafen. Ja, aber Sie können doch auf Granlunda schlafen. Ich würde mich wirklich freuen. Nein, Mia. Bitte. Nein. Sie sind genauso stur wie Ihr Großvater. Das kann schon sein. Aber ich sage Ihnen was. Die Dinge geschehen nicht zufällig. Man sollte nicht vor Ihnen davonlaufen, sondern sich Ihnen stellen. Ich glaube, wenn Ihre Mutter und Ihr Großvater das auch getan hätten, dann wäre manches anders gekommen. Na, Frau Friederiksen. Wie geht es Ihnen? Ich weiß schon, das ist normalerweise die Zeit, in der Thomas kommt. Aber er hat einen sehr wichtigen Termin. Ich soll Ihnen sagen, dass er Sie bald wieder besuchen kommt. Thomas kommt Sie bald wieder besuchen. Ich verspreche es Ihnen. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen jetzt einen Kakao. So wie Sie ihn gerne mögen. Heiß und süß. Heiß und süß. Da sind Sie ja. Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich um das Grab von Magnus Hansel und kümmern können. Ich werde Sie selbstverständlich bezahlen. Setzen Sie sich doch. Dann können wir in Ruhe reden. Hm? Ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss los. Jetzt sind Sie schon mal hier. Sie haben den ersten Schritt getan. Jetzt bleiben Sie auch. Sie werden es sehen. Es wird Ihnen gefallen. Sie werden es sehen. Was soll ich mit dir machen, ne? Karin! Karin! Thomas! Es tut mir leid, dass ich so spät störe, aber der Kleine hat irgendwas. Gut, ich komm gleich runter. Also Herz und Atmung sind in Ordnung. Und der Bauch... Ja, der Bauch ist auch ganz weich. Vielleicht hat er einfach nur was Ungewohntes gefressen, hm? Nee. Essen. Ich hab ihm nichts zu essen gegeben. Ich hab einfach nicht dran gedacht. Na dann, alles klar. Der Kleine hat Hunger. Ja. Ich hab's dir ja gesagt. Ich hab überhaupt keine Ahnung von Hunden. Mach dich das nicht verrückt? Hm? Diese Ruhe. Diese Landschaft. Das ist doch alles so perfekt. Ach, du müsstest mal hier sein, wenn's schüttet und alles im Nebel versinkt. Obwohl, das hat auch seinen Reiz. So ein Herbstmorgen, wo sich die Sonne mühsam durch den dicken Nebel kämpfen muss und alles rosarot gefärbt ist. Ja, was ist mit Theater, Kino, Shopping? Ganz einfach. Dann setz ich mich ins Auto und fahre nach Uppsala oder nach Stockholm. Wohne ein paar Tage mit Freunden, atme Stadtluft, schlage mir die Nächte um die Ohren. Ah? Ja. Das nächste Mal nehme ich einen Drink in einer Bar. Ja, dann freue ich mich wieder hier zu sein. Ist doch ganz normal. Ich fühle mich hier wohl, weil ich hier lebe, hier arbeite und natürlich weiß Jona sehr gut geht. Mh. Leider nicht selbst gemacht. Im Backen bin ich eine Niete. Aber dafür hast du ein gutes Händchen beim Einkaufen. Die sind sehr lecker. Danke. Beim Lunder ist seit über 200 Jahren in Familienbesitz. Ich finde sowas toll. Ich meine, ein Haus zu erben, in dem schon seine Vorfahren gelebt haben. Das so viel zu erzählen hat. Warum nimmst du dir nicht ein bisschen Zeit? Dieser Paul. Ist das eigentlich ein guter Verwalter? Ein sehr guter. Er liebt das gut. Du kannst ihm vertrauen. Der alte Hanson. Was war das für ein Mensch? Ich habe ihn erst vor vier Jahren kennengelernt, als es mich nach meiner Scheidung hierher verschlagen hat. Er war ein toller Mann. Ein komplizierter Mann, der keinen so richtig an sich herangelassen hat. Ich hatte keine Ahnung, was er mit sich rumgetragen hat. Meine Mutter hasst ihn. Aber das heißt doch nicht, dass du ihn auch hassen musst. Es tut mir leid. Ich weiß, es geht mich alles nichts an. Es ist nur... Ja? Ich finde es schade, dass ihr euch nicht kennengelernt habt. Schade und traurig. Ich meine, vielleicht hättet ihr euch ja verstanden, du und dein Großvater. Mir meint er, er hat es bereut, dass er meine Mutter hinausgeworfen hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Ihr hättet alle eine Chance verdient, euch wenigstens auszusprechen. Vielleicht. Ich finde es wirklich sehr schön hier. Ja. Das war's. Das war's. Musik Paul, tut mir leid, er ist im Moment nicht da Ja, ja, ist gut Ich werde es ihm ausrichten, wiederhören Morgen, Mia Morgen Gibt es Kaffee? Gleichzeitig Wartest du gestern? Thomas ist gestern noch gekommen Ich glaube, er schläft noch Kannst du dir ruhig schon was nehmen? Ach, hier Bevor ich es vergesse, da hat gerade jemand für dich angerufen Ludwig Strindholm Er hat einen Hof in der Nähe von Malmö Er sucht einen Verwalter Du willst also tatsächlich weg? Du weißt, was er aus kann und er wird Er will auf jeden Fall vorbereitet sein Danke Wofür? Für diese wunderschöne Nacht Ich hätte nie gedacht, dass es so aufregend sein kann, eine ganze Nacht lang zu spazieren Ich muss dir was sagen Du bist verheiratet? Verheiratet nicht, aber es gibt einen Mann in meinem Leben, ja Ist das was Ernstes? Wir wollten demnächst zusammenziehen Jonas liebt ihn wie seinen Vater Und du? Liebst du ihn auch? Hättest du mich das vor einer Woche gefragt, dann hätte ich ja gesagt Ja, ich liebe ihn Hey Mama Morgen Schatz Ich habe dich überall gesucht Wo warst du denn? Hey, du hast ja meinen Mika Danke Ich war joggen und da habe ich Thomas getroffen Er ist ein Freund Hallo Jonas Freut mich, dich kennenzulernen Hey Wo ist denn eigentlich meine Sporthose? Auf der Leine Ich mache gleich Frühstück Geh schon mal hoch, ja? Mutterpflichten Wiedersehen, Thomas Ich wünsche dir noch einen schönen Tag Wieso redest du nicht mit ihm? Sag ihm, dass er Granlunda nicht verkaufen darf Sag ihm, dass du für ihn arbeiten wirst Verdammt nochmal, Paul Sag ihm, dass du an Granlunda hängst Ach, guten Morgen Morgen Ich wollte nur fragen, ob ich vielleicht einen Kaffee haben könnte Ja, natürlich, Thomas Frühstücken Sie mit uns Wie mögen Sie die Eier? Ich hoffe, Sie haben sich jetzt nicht so viel Mühe mit dem Frühstück für mich gemacht Und mir reicht morgens eigentlich eine Tasse Kaffee Milch, Zucker? Danke, gar nichts Wie Paul Er trinkt den Kaffee auch mal schwarz Haben Sie sich alles angesehen? Sie werden sehen, alles gut in Schuss hier Wir sind einer der erfolgreichsten landwirtschaftlichen Betriebe hier in der Gegend Unsere Kühe werden jedes Jahr prämiert Wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen gerne unsere Bücher zeigen Ja, du würdest sehr gerne sehen Ja, natürlich Lege Ihnen die Bücher in meinem Büro zurecht Und wenn Sie was wissen wollen, dann fragen Sie Das ist sehr nett von Ihnen Keine Ursache Sie sind der Boss Ja, Laura Sie ist nicht krank Sie ist schwanger Anscheinend ist ein anderes Meerschwänchen doch kein Weibchen Sie bekommt Junge? Das ist ja toll Meinst du, du findest genügend Plätze für die Kleinen? Natürlich Okay Dann war es das für heute Aber du solltest darüber nachdenken, ob du es nicht nach der Geburt kastrieren lassen willst Sonst hast du in ein paar Jahren Hunderbe von kleinen Meerschweinchen, die du dann keiner abnimmst Ich werde darüber nachdenken Okay Dann bis zum nächsten Mal Wiedersehen, Frau Doktor Alles gut Paul, was machst du denn hier? Wenn ich gar nicht vordränge, ich wollte nur das hier schnell abgeben Ich habe gestern in deiner Küche gesehen, dass deine Vorräte zu Ende gehen Das ist lieb von dir und wirklich aufmerksam Dann wollte ich dich noch schnell was fragen Ja? Willst du mich heiraten, Karin? Paul, ich... Ja, ich weiß, von heiraten war nie die Rede Also, entschuldige, wenn ich dich jetzt hier damit so überfalle Aber ich habe mir gedacht, wir wollen doch sowieso zusammen Niedlich? Ja Er war der kleinste Entwurf Ich habe ihn von Bergmanns Und er braucht viel Liebe Sie müssen ihn wieder mitnehmen Sehen Sie? Er mag sie Das ist nicht gut Er wird sich an mich gewöhnen Und dann bin ich nicht mehr da Sowas sollte man ihm nicht zumuten Sie werden noch viel Freude aneinander haben Probieren Sie es einfach aus mit ihm Ich kann jetzt sowieso nicht mitnehmen Geben Sie nicht auf Bitte Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag Danke Und dir auch Ach übrigens, er hat noch keinen Namen Na dann Willkommen auf kein Lunder Wir sollten sowas öfter machen Wir haben einfach viel zu wenig Zeit füreinander Es wird besser werden, sobald du bei uns eingezogen bist Obwohl Vermutlich wird dich Jonas von früh bis spät in Anspruch nehmen Da kannst du gar nicht erwarten, dass du endlich ganz bei uns bist Ich freue mich auch auf ihn Er ist schon wie ein eigener Sohn für mich Und das ist der Sidecar Eigentlich ein Klassiker, aber ich habe bei den Zutaten ein bisschen was variiert Mir schlägt Ungewöhnlich Aber echt nicht schlägt Heute Abend um 21 Uhr ist die Eröffnung Kannst du da schon? Kein Problem Okay, sehr gut Das Vertragliche regelst du dann heute Abend mit Lina Also bis heute Abend Okay Und? Ich habe mich entschieden Der Letzte war es Gott sei Dank Ich habe schon gedacht, wir hätten heute nur einen Backkeeper Alles wird gut So, ich muss jetzt los Ey, das kannst du nicht machen In fünf Stunden ist hier die Hölle los Keine Panik Lina Lina, das wird ein Riesen-Erfolg Ich habe es nur gespürt Also bis gleich Ich brauche ungefähr zwei Stunden Gut treffen wir uns Ich werde mich einfach ein bisschen treiben lassen Ich habe kein besonderes Ziel Wie wäre es denn um sechs? Im Operncafé Vielleicht sollten wir vorher noch bei Markus reinschauen Den Möbelladen? Was wollen wir denn da? Ich hätte mir gedacht, vielleicht bringe ich zum Einzug neuen Kleiderschrank mit Gute Idee Meine wird wahrscheinlich zu klein sein für uns Daran habe ich noch gar nicht gedacht Also gut Lass uns Möbel ansehen gehen Und danach gehen wir essen, ja? Viel Spaß, Lina Danke 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 Ja, komm, mein Kleiner, komm. Wir müssen nach Hause. Ja, so ist es schön. Ja, ja. Ich bin müde. Da hast du ja recht. Ausruhen kannst du dich später immer noch. Herr Hanshorn, was machen Sie denn? Ich habe Ihre Stimme gehört. Ja, der Hund ist so lebhaft. Und da habe ich plötzlich auch Lust bekommen, mir ein bisschen die Beine zu vertreten. Aber Sie müssen auf sich aufpassen. Ja, ja. Es ist so schön hier draußen. Ich sehe dem Kleinen gern zu. Er ist so lebendig. Haben Sie ihm denn schon einen Namen gegeben? Ich weiß ja nicht, was zu ihm passt. Hans, Hans, Mika, Petter. Ich habe keine Ahnung. Warum nicht Mika? Was? So hieß doch der kleine Stoffhund, den Ihre Tochter damals zurück... Keine Angst. Ich fange nicht an zu toben, nur weil Sie von Greta reden. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, wie schwer Ihnen das fällt. Mika ist gut. Vielleicht gefällt ihr der kleine Mika. Was meinst du? Bestimmt. Sie haben mir doch erzählt, dass Ihre Tochter ganz vernaht in Hunde war. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie den Kleinen mögen würde. In einer halben Stunde ist das Essen fertig. Ach, ähm... Mia, noch was. Gleich morgen früh. Machen Sie sich auf die Suche nach ihr. Ich muss Sie noch einmal sehen. Ich soll Ihre Tochter suchen? Nicht suchen. Finden sollen Sie sie. Sind Sie okay? Danke. Alles in Ordnung. Wenn Sie das Hemd reinigen lassen wollen, dann zahle ich das selbstverständlich. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen meine Adresse und dann schicken Sie mir die Rechte. Keine Aufregung. Ja, keine Aufregung. Wissen Sie was? Diesen Schrecken, den wir erst mal trinken. Das ist mein Laden. Kommen Sie. So. Heiß ich Sie hier. In meiner Bar. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen immer ein volles Haus. Vielen Dank. Vielen Dank. Sanzi, würde ich sagen, kommen Sie doch einfach mal vorbei und sehen Sie sich alles an. Dann reden wir. Wann? Gut, ich werde da sein. Bis dann, Herr Pettersen. Das machst du gut. Sieht aus, als würdest du immer schon reiten. Danke. Das habe ich alles dir zu verdanken. Ich hatte schon vergessen, wie viel Spaß es bringt zu reiten. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich schon in Stockholm. Und ich hätte wahrscheinlich auch schon Granlunda längst verkauft. Bitte nicht. Ich glaube, ich will das nicht. Was willst du nicht? Ich kann mich nicht in dich verlieben, Thomas. Es geht nicht. Ich hätte mich erst gar nicht auf dich einlassen dürfen. Es war falsch. Nein. Das war es nicht. Alles, was zwischen uns passiert ist, war richtig. Ja, vielleicht. Schon möglich, dass es das ist, aber... Kannst du so jemandem widerstehen? Hey, Lars! Oh, Mia, warte. Wie geht's bei euch auf dem Gut? Es geht alles seinen Gang. Herr Hansson fehlt uns natürlich. Aber wir geben alle unser Bestes. Ich hab gehört, Greta so will verkaufen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Er muss sich ja jetzt erst mal mit allem vertraut machen. Ich drücke euch die Daumen. Danke. Die neue Adora. Damit wäscht man gerne. V-Zug. Schweizer Perfektion für zu Hause. Übrigens. Sunrise beleitet den ersten Platz beim Comparis in den Äpfel gleich. Wechselt sie jetzt? Paul? Störe ich Sie? Nein, gar nicht. Kommen Sie. Ich hab alles vorbereitet. Hier liegen die Bücher der letzten zehn Jahre. Sieht alles sehr professionell aus. Ich werd ein bisschen brauchen, bis ich mir alles angesehen habe. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Ich muss sowieso in den Stall. Wenn Sie mich brauchen oder Fragen haben, zu diesen durchbinden. Kann nicht. Sie hat einen Unfall. Na, Greta? Genießen Sie die Sonne? Ist ein wunderschöner Tag heute. Ihr Sohn hat angerufen, aus Granlunda. Ich soll Ihnen sagen, dass er bald wieder zurück ist. Ich hol sie nachher wieder hier ab und bringe sie dann auf ihr Zimmer. Ich hab keine Ahnung, was sich Paul sagen soll. Erst verliert der Granlunda, dann mich. Das kann ich ihm nicht antun. Paul? Paul Edding? Du bist mit Paul Edding zusammen? Er will mich heiraten. Ohne, es liebt ihn wie einen Vater. Das kann ich doch nicht alles zerstören, weil ich... Wo warst du was? Weil du dich in mich verliebt hast. Hey, Mika. Ja, 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 ja. Das ist schön. Hallo. Thomas. Hallo, Mia. Hey. Hey, Mika. Hey. Sie sehen gut aus. Sie haben ein bisschen Farbe bekommen bei uns. Geht's Ihnen noch gut? Besser als erwartet. Es ist wirklich sehr schön hier. Aha. Ach, äh, da war vorhin übrigens ein Herr Petersen hier. Er wollte sich das gut ansehen. Leider waren Sie ja nicht da. Oh Gott, Petersen, den hab ich auch völlig vergessen. Na, kein Wunder. Der Akku ist leer. Was wäre denn, wenn Sie Granlunda nicht verkaufen? Ich meine, Sie könnten das gut doch behalten und Paul würde es weiterleiten, so wie bisher. Das geht nicht. Mia, ich... Ich gebe jetzt zu, mir gefällt es ihr sehr gut. Aber ich kann einfach nicht vergessen, was meiner Mutter hier passiert ist. Manche Dinge muss man einfach hinter sich lassen. Haben Sie denn Ihrer Mutter schon erzählt, dass Sie Granlunda verkaufen wollen? Ich kann nicht mit ihr darüber sprechen. Sie. Gut, Granlunda, Mia Asmundsson am Apparat. Ja, der ist hier. Einen Moment, bitte. Ein Larsson-Sanatorium. Also, du hast heute sechs Stunden. Matten-Sport-Fan aus, weil er Sonnebeck sich ein Bein gebrochen hat. Wollte fragen, ob ich zu Pelle darf. Also gut, wenn ihr die Hausaufgaben nicht vergesst. In sieben bist du aber spätestens wieder zu Hause. Pelle's Mutter hat gesagt, ich könnte bei Ihnen übernachten. Darf ich, Mama? Ich laufe auch mehr als zwei Stunden. Ja. Na schön. Super! Tschüss, Mama. Morgen hab ich dir beim Boot, ja, Paul? Hey, Moment, hier geblieben. Bis morgen, mein Schatz, ja? Pass auf dich auf, ja? Klar. Mach ich. Ciao. Ciao. Ach, hast du Lust? Du könntest mich nach Stockholm begleiten. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich hab um drei einen Termin beim Landwirtschaftsverband. Du könntest ein bisschen shoppen gehen. Und dann gehen wir zusammen essen. Oder ins Theater. Das klingt toll. Wann fahren, tja? In einer halben Stunde? Schaffst du das? Das ist kein Problem. Ich geh nur noch schnell bei Herrn Hanson vorbei und danach kann's losgehen. Ja, tu das ja. Er hat so nach dir gefragt. Wie geht's ihm denn heute? Er klagt nicht, aber seit dem Schlaganfall ist er nicht mehr ne Alte. Hallo, Herr Hanson. Karin. Das ist nett, dass Sie vorbeischauen. Möchten Sie einen Kaffee? Ich sag mir ja Bescheid. Danke, lassen Sie nur. Ich hab leider nicht viel Zeit. Ich wollte nur sehen, wie's Ihnen geht und Ihnen etwas bringen. Was ist das? Sehen Sie nach? Ist er nicht niedlich? Ja. Er war der kleinste Entwurf. Er bin von Bergmanns. Und er braucht viel Liebe. Sie müssen ihn wieder mitnehmen. Sehen Sie? Er mag sie. Das ist nicht gut. Er wird sich an mich gewöhnen. Und dann bin ich nicht mehr da. Sowas sollte man Ihnen nicht zumuten. Sie werden noch viel Freude aneinander haben. Probieren Sie es einfach aus mit ihm. Ich kann jetzt sowieso nicht mitnehmen. Geben Sie nicht auf. Bitte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Und dir auch. Ach übrigens, er hat noch keinen Namen. Na dann. Wir kommen auf keinen Lunder. Wir sollten sowas öfter machen. Wir haben einfach viel zu wenig Zeit füreinander. Es wird besser werden, sobald du bei uns eingezogen bist. Obwohl, vermutlich wird dich Jonas von früh bis spät in Anspruch nehmen. Da kannst du gar nicht erwarten, dass du endlich ganz bei uns bist. Ich freue mich auch auf ihn. Er ist schon wie ein eigener Sohn für mich. Er ist schon wie ein eigener Sohn für mich. Fragen haben, zu wissen, wo ich bin. Darf ich Sie was fragen? Wie geht es Ihrer Mutter? Sie haben gesagt, Sie hatten sie gekannt. Ja, sie war gerade 18 geworden. Sie war das schönste und fröhlichste Mädchen, das ich hier gesehen habe. Geht es ihr denn gut? Warum ist sie denn nicht mitgekommen? Sie ist immer noch eine wunderschöne Frau. Sie war die beste Mutter, die man sich vorstellen kann. War? Wie konnte es dazu kommen, dass sie diesen Ort so gehasst hat? Sie hat von Granlunda immer gesprochen, als wäre es die Hölle, und ich finde ein Paradies vor. Warum hat Magnus Hansen Sie daraus vertrieben? Können Sie mir das sagen? Wie konnte dieser Mann so grausam sein und sein einziges Kind rauswerfen? 18 Jahre! Und schwanger! Rita war schwanger? Das kann doch nicht sein. Das hätte Magnus Hansen nie getan. Sechs Monate nachdem sie Granlunda verlassen hat, bin ich auf die Welt gekommen. Und jetzt frage ich Sie, wieso hat dieser Mann das gemacht? Wieso? Ich weiß es nicht. Ich habe das nicht gewusst. Er hat gesagt, dass sie sich gestritten haben und dass Greta einfach weggelaufen wäre. Aber warum es dabei ging, hat er nie erzählt. Das wissen Sie nicht. Ich werde Ihnen sagen, warum es ging. Er wollte meine Mutter dazu zwingen, ihm zu sagen, wer der Vater des Kindes ist. Wahrscheinlich wollte er den Typen umbringen oder dazu bringen, meine Mutter wenigstens zu heiraten. Aber sie konnte oder wollte es ihm einfach nicht sagen. Und das hat ihn so geärgert, dass er Sie vor eine Wahl gestellt hat. Entweder sie sollte das Kind abtreiben oder sie sollte das gut verlassen. Meine Mutter hat sich für ihr Kind und gegen ihren Vater entschieden. Sie hat mir erzählt, an dem Morgen, als sie gegangen ist, so mitten im Januar, der Schnee lag mehr als einen halben Meter hoch. Da wusste sie ganz genau, dass sie nie wieder zurückkommen würde. Und dass sie nie aufhören würde, ihren Vater zu hassen. Sagen Sie, Thomas, wie geht es Ihrer Mutter? Ist sie glücklich? Sie hatte einen Autounfall vor fünf Jahren. Ist sie... Nein, sie ist nicht tot. Aber sie ist auch nicht mehr richtig gebändig. Paul! Geht's dir nicht gut? Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach sein. Entschuldigen Sie? Können Sie mir vielleicht sagen, wie... Das sind ja Sie. Wohnen Sie hier in der Gegend? Hallo. Läuft Ihnen Ihre Bar schon so gut, dass Sie Urlaub machen können? Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie noch mal vorbeikommen. Dann hätten Sie sich selbst überzeugen können, wie mein Laden eingeschlagen hat. Ich bin nicht so oft in Stockholm. Allerdings, das nächste Mal wäre ich vermutlich schon vorbeigekommen. Versprochen? Versprochen. Ähm... Karin. Karin Westerwick. Wo wollten Sie ihn? Ach so, ja. Nach Granlunda. Zum Gut von Magnus Hanson? Ja. Und ich hatte schon Angst, dass ihr die Kälber vielleicht gar nicht mehr haben wollt, jetzt, wo Magnus nicht mehr da ist. Vertrag ist Vertrag. Und solange wir nicht wissen, wer Granlunda erbt, geht der Betrieb weiter wie bisher. Das ist gut zu wissen. Bist du nachzählen? Na, hör mal, seit wann mache ich denn sowas? Ja. Dad! 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 Entschuldigen Sie! Bin ich hier richtig auf dem Gut von Magnus Hanson? Ja, das sind Sie. Allerdings, Magnus Hanson ist vor ein paar Tagen... Ja, er ist tot, ich weiß. Deswegen bin ich hier. Kann ich irgendwas für Sie tun? Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich wollte mich eigentlich nur mal umschauen. Ach so, ja, ich glaube, das Ganze gehört jetzt mir. Ich bin Thomas Fredrikson, der Enkel von Magnus Hanson. Ach, Sie sind Gretas Sohn? Ja. Ich bin der Sohn der verlorenen Tochter. Kennen Sie meine Mutter? Ja, natürlich kenne ich Greta. Hab sie allerdings lange nicht gesehen. Na, kein Wunder. Seit der alte Magnus sie hier vom Hof gejagt hat, damals vor 33 Jahren, war sie nie mehr hier. Wie geht es, Greta? Es geht ihr gut. Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Ich bin seit fast 35 Jahren der Verwalter hier. Mein Name ist Paul Edding. Paul, kannst du kurz kommen? Irgendwas ist mit dem Fohlen nicht in Ordnung. Habt ihr Karin alarmiert? Ist schon unterwegs. Ich hole heißes Wasser. Du kannst ruhig schon in den Stall gehen. Ich bringe das Wasser dann rüber. Wer ist denn das? Thomas Fredrikson. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen jetzt einen Kakao. So, wie Sie ihn gerne mögen. Heiß und süß. Heiß und süß. So, wie Sie ihn gerne mögen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich um das Grab von Magnus Hanson kümmern können. Ich werde Sie selbstverständlich bezahlen. Setzen Sie sich doch. Dann können wir in Ruhe reden. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss los. Jetzt sind Sie schon mal hier. Sie haben den ersten Schritt getan. Jetzt bleiben Sie auch. Sie werden es sehen. Es wird Ihnen gefallen. Sie werden es sehen. Das war's für heute. Karin! Karin! Thomas! Es tut mir leid, dass ich so spät störe. Aber der Kleine hat irgendwas. Gut, ich komme gleich runter. Also, Herz und Atmung sind in Ordnung. Sanzi, hätten Sie nicht Lust, heute Abend zur Eröffnung zu kommen? Ich würde mich wirklich sehr freuen. Das ist wirklich nett, aber ich bin noch verabredet. Ich kann... Entschuldigung. Ja? Paul! Nein, der ist gerade nicht zu erreichen. Was? Das tut mir leid. Natürlich. Ich hole ihn gleich aus der Besprechung, ja? Und wir machen uns dann auf den Weg. Bis dann, Mia. Ich muss gehen. Vielen Dank für alles. Viel Erfolg heute Abend. Thomas. Thomas Fredericks. Ist irgendwas passiert? Kann ich Ihnen helfen? Danke. Ich muss nur schnell weg. Er ist einfach eingeschlafen. Ganz friedlich. Wir müssen Greta benachrichtigen. Morgen, Thomas. Ich hab Frühstück und die Zeitung. Ich schlaf noch. Ach, dann interessiert es dich also gar nicht, was die über unsere Eröffnung schreiben, hm? Doch. Gib sie mir, 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 gib sie mir! Hier. Stockholm hat eine neue Innbar, das Thomas. Mit exotischen Drinks, viel Prominenz und cooler Musik haben Thomas Fredriksen und Lina Oehlung den Nerv der Stockholmer Society getroffen. Das ist ja großartig, weißt du, was das bedeutet? Ja. Unser Laden wird eine Goldgrube! Telefon! Ja, bei Thomas Fredriksen? Ähm, nein, dem können Sie gerade nicht sprechen. Rufen Sie später nochmal an. Nein, seine Mutter ist nicht hier, Greta ist im Sanatoriumsee. Wie? Okay, ähm, sagen Sie ihm das selbst. Irgend so ein Anwalt, der sagt, sein Großvater ist gestorben. Thomas Fredriksen? Ja, aber ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe keinen Großvater. Ja, wiederhören. Was war das denn? Hallo, Greta. Ich bin es, Paul. Erinnerst du dich an mich? Mama, das ist Paul Edding. Du kennst ihn von früher. Greta. Greta. Ich habe so lange nach dir gesucht. Du bist doch genauso schön wie damals. Es tut mir leid, aber ich glaube, Sie sind umsonst gekommen. Nein, es ist gut, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass ich endlich weiß, wo sie ist. Ach, Greta. Es ist so viel falsch gelaufen. Tut mir so leid, dass ich dich erst jetzt gefunden habe. Mama. Mama. Greta. Komm doch zurück. Es gibt so viel, was ich dir sagen möchte. Ich glaube, sie hat sie erkannt. Ich würde es mir wünschen. Wenn ich darf, komme ich bald wieder. Ich gehe jetzt. Vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte. Wiedersehen, Liebes. Bis bald. Paul, warten Sie. Es ist das erste Mal seit lang, dass sie überhaupt reagiert. Sie scheinen hier was ausgelöst zu haben. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich aufgehört habe, nach ihr zu suchen. Ich hätte nicht aufgeben dürfen. Sie haben sie geliebt. Ich habe sie gesehen und ich wusste, das ist die Frau, die ich liebe und die ich immer lieben werde. Sie war so schön, so lebenslustig. Ich habe versucht, mich dagegen zu wehren, weil ich damals noch verheiratet war. Und sie hat mich einfach überwältigt. Und dann war sie eines Tages weg. Ich habe nach ihr gesucht. Ich wollte sie sehen. Ich habe ihr Briefe geschrieben. Die kamen ungeöffnet zurück. Eines Tages habe ich eingesehen, dass sie von mir nichts mehr wissen wollte. Erzähl mir von ihr, Thomas. Was hat sie gemacht in ihrem Leben? Sie war eine wundervolle Mutter. Mein Vater eine liebevolle Frau. Leider ist er bei einem Unfall vor fünf Jahren ums Leben gekommen. Greta war in dem Wagen. Seitdem ist sie dann. Wie Sie meinen. Aber ich sage Ihnen was. Die Dinge geschehen nicht zufällig. Man sollte nicht vor ihnen davonlaufen, sondern sich ihnen stellen. Ich glaube, wenn Ihre Mutter und Ihr Großvater das auch getan hätten, dann wäre manches anders gekommen. Na komm. Na, Frau Frederiksen. Wie geht es Ihnen? Ich weiß schon. Das ist normalerweise die Zeit, in der Thomas kommt. Aber er hat einen sehr wichtigen Termin. Ich soll Ihnen sagen, dass er Sie bald wieder besuchen kommt. Thomas kommt Sie bald wieder besuchen. Ich verspreche es Ihnen. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen jetzt einen Kakao. So wie Sie ihn gerne mögen. Heiß und süß. 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 Ich werde Sie selbstverständlich bezahlen Setzen Sie sich doch Dann können wir in Ruhe reden Ich habe wirklich keine Zeit, ich muss los Jetzt sind Sie schon mal hier, Sie haben den ersten Schritt getan Jetzt bleiben Sie auch Sie werden es sehen, es wird Ihnen gefallen Ach et ali Das ist schon mal ein Orgasmus Geht euch vor dem youse Das kann schon sein Wie Sie meinen Aber ich sag Ihnen was Die Dinge geschehen nicht zufällig Man sollte nicht vor ihnen davonlaufen, sondern sich ihnen stellen Ich glaube, wenn Ihre Mutter und Ihr Großvater das auch getan hätten, dann wäre manches anders gekommen Na komm Na, Frau Frederiksen Wie geht es Ihnen? Ich weiß schon, das ist normalerweise die Zeit, in der Thomas kommt Aber er hat einen sehr wichtigen Termin Ich soll Ihnen sagen, dass er Sie bald wieder besuchen kommt Thomas kommt Sie bald wieder besuchen Ich verspreche es Ihnen Wissen Sie was? Thomas, ich mache Ihnen jetzt einen Kakao So wie Sie ihn gerne mögen Heiß und süß Heiß und süß Ich verspreche es Ihnen Da sind Sie ja. Ich wollte Sie fragen, ob Sie sich um das Grab von Magnus Hanson kümmern können. Ich werde Sie selbstverständlich bezahlen. Ja. Setzen Sie sich doch. Dann können wir in Ruhe reden. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss los. Jetzt sind Sie schon mal hier. Sie haben den ersten Schritt getan. Jetzt bleiben Sie auch. Sie werden es sehen. Es wird Ihnen gefallen. Ich muss es sehen, wie Sie sich die Gegröntgerin hat. Ich muss es sehen, wie Sie sich der Gegröntgerin haben. Jetzt will ich Ihnen mal. Danke. Wofür? Für diese wunderschöne Nacht. Ich hätte nie gedacht, dass es so aufregend sein kann, eine ganze Nacht lang zu spazieren. Ich muss dir was sagen. Du bist verheiratet? Verheiratet nicht, aber es gibt einen Mann in meinem Leben, ja. Ist das was Ernstes? Wir wollten demnächst zusammenziehen. Jonas liebt ihn wie seinen Vater. Und du? Liebst du ihn auch? Hättest du mich das vor einer Woche gefragt, dann hätte ich Ja gesagt. Ja, ich liebe ihn. Hey, Mama. Morgen, Schatz. Habe ich überall gesucht. Wo warst du denn? Hey, du hast ja meinen Mika. Danke. Ich... ich war joggen und da habe ich Thomas getroffen. Er ist... er ist ein Freund. Hallo, Jonas. Freut mich, dich kennenzulernen. Hey. Wo ist denn eigentlich meine Sporthose? Auf der Leine. Ich mache gleich Frühstück. Geh schon mal hoch, ja? Mutter. Mutter Pflichten. Wiedersehen, Thomas. Ich wünsch dir noch einen schönen Tag. Wieso redest du nicht mit ihm? Sag ihm, dass er Granlunda nicht verkaufen darf. Sag ihm, dass du für ihn arbeiten wirst. Verdammt noch mal, Paul. Sag ihm, dass du an Granlunda hängst. Ach, guten Morgen. Morgen. Ich wollte nur fragen, ob ich vielleicht einen Kaffee haben könnte. Ja, natürlich, Thomas. Frühstücken Sie mit uns. Wie mögen Sie die Eier? Ich hoffe, Sie haben sich jetzt nicht so viel Mühe mit dem Frühstück für mich gemacht. Und mir reicht morgens eigentlich eine Tasse Kaffee. Milch? Zucker? Ah, danke. Gar nichts. Wie Paul. Er trinkt den Kaffee auch mal schwarz. Haben Sie sich alles angesehen? Sie werden sehen, alles gut in Schuss hier. Wir sind einer der erfolgreichsten landwirtschaftlichen Betriebe hier in der Gegend. Unsere Kühe werden jedes Jahr prämiert. Wenn Sie wollen, dann kann ich Ihnen gerne unsere Bücher zeigen. Ja, die würde ich sehr gerne sehen. Ja, natürlich. Ich lege Ihnen die Bücher in meinem Büro zurecht. Und wenn Sie etwas wissen wollen, dann fragen Sie. Das ist sehr nett von Ihnen. Keine Ursache. Sie sind der Boss. Herr Laura, Sia ist nicht krank. Sie ist schwanger. Anscheinend ist ein anderes Meerschweinchen doch kein Weibchen. Sie bekommt Junge? Das ist ja toll. Ach, meinst du denn, du findest genügend Plätze für die Kleinen? Natürlich! Okay, dann war es das für heute. Aber du solltest darüber nachdenken, ob du sie nicht nach der Geburt kastrieren lassen willst. Sonst hast du in ein paar Jahren hunderte von kleinen Meerschweinchen, die du dann kennst. Das weiß ich selber nicht so genau. Es ist eben nicht so einfach, wie ich dachte. Hat das was mit deiner Mutter zu tun? Ja. Nein. Es geht um eine Frau. Ich habe mich verliebt, Lina. Ziemlich heftig sogar. Ist doch toll! Hey, gratuliere! Mann, ey, ich dachte, du findest nie eine Idee. Es geht aber nicht. Was? Aber du hast doch... Sie ist mit dem Mann zusammen, der mir gerade gesagt hat, dass er mein Vater ist. Ja, aber du liebst sie doch. Mein Gott, ich habe den Mann gerade erst kennengelernt. Soll ich ihn jetzt schon wieder verlieren? Meine Mutter hat mir nie die Chance gegeben, meinen Vater zu finden. Und jetzt? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ja, das freut mich, dass Sie meine Bewerbung in Betrag ziehen, Herr Sprintorgen. Ja, natürlich kann ich vorbeikommen. Mein Problem, wann wäre es Ihnen recht? Wartag 10 Uhr? Ja, gut. Werde da sein. Bis dann. Hallo, Paul. Hallo. Können wir reden? Bitte, Paul, du musst mir glauben, ich... Ich wollte dir nicht wehtun. Ja, das weiß ich doch. Ich kann dir zwar nicht sagen, dass es mir egal ist, aber... Ich akzeptiere, dass du dich in einen anderen Mann verliebt hast. Zumal Thomas... ...sehr nett zu sein scheint. Ach, Paul. ... Hallo, Mia. Thomas! Hey! Hey, Mika! Na, mein Kleiner? Hey! Oh, schön, dass Sie da sind! Ich nehme mal an, Sie wissen Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Und ich bin froh, dass endlich alles geklärt ist. Ja, ich auch. Paul und ich, wir werden noch einige Zeit brauchen, um uns besser kennenzulernen, aber... wir werden uns aber diese Zeit nehmen. Nein. Übrigens, ich habe mich entschlossen, Gran Luna nicht zu verkaufen. Und ich hoffe natürlich, dass Sie unterhalten bleiben. Und dass Paul ist... Sie gesucht und sie angefleht, zu ihm zurückzukommen. Aber sie wollte nicht. Das ist eine Lüge. Er hat nichts unternommen, um Sie zu suchen. Oder mich. Er hat 33 Jahre lang nichts von mir wissen wollen. Sein einzigen Enkel. Aber Ihr Großvater war sehr traurig darüber. Ja, bestimmt. Am Abend seines Todes bat er mich, Greta zu suchen. Ich denke, er wollte sich wieder mit ihr versöhnen. Wie geht es ihr eigentlich? Warum ist sie nicht mitgekommen? Hierher. Thomas! Warten Sie! Bitte! Es gibt so viel zu reden. Ach! Mika ist jetzt bei Ihnen, das ist ja schön. Er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Ich habe eigentlich nichts am Hut mit Hunden. Das sieht aber nicht so aus. Der Kleine scheint Sie zu mögen. Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich mit ihm in Stockholm machen soll. Naja. Das wird sich finden, nicht? Nicht zu ungut, Mia. Aber ich muss los. Sie wollen schon wieder zurück? Ja, gezogenermaßen. Im Hotel sind keine Hunde erlaubt und ich habe nicht vor, im Auto zu schlafen. Ja, aber Sie können doch auf Gran Luna schlafen. Ich würde mich wirklich freuen... Nein, Mia. Bitte. Nein. Sie sind genauso stur wie Ihr Großvater. Das kann schon sein. Wie Sie meinen. Aber ich sage Ihnen was. Die Dinge geschehen nicht zufällig. Man sollte nicht vor Ihnen davonlaufen, sondern sich Ihnen stellen. Ich glaube, wenn Ihre Mutter und Ihr Großvater das auch getan hätten, dann wäre manches anders gekommen. Na, Frau Friederiksen. Wie geht es Ihnen? Ich weiß schon, das ist normalerweise die Zeit, in der Thomas kommt. Aber er hat einen sehr wichtigen Termin. Ich soll Ihnen sagen, dass er Sie bald wieder besuchen kommt. Thomas kommt Sie bald wieder besuchen. Ich verspreche es Ihnen. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen jetzt einen Kakao. So wie Sie ihn gerne mögen. Heiß und süß. Heiß und süß. Also wenn es noch was zu erledigen gibt, dann nehme ich mir ein Hotel in der Stadt. Ja, wie? Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, ich behalte das gut und werde Bauer? Nein, nur... Granlunda ist seit Generationen im Besitz der Hansons. Und... Und das ist jetzt vorbei. Ich werde das gut so schnell wie möglich verkaufen. Hallo? Ja? Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich hier ein Hotel finde? Ja, da oben. Mika, warte! Tut mir leid, dass wir Ihnen nichts mehr anbieten können. Das macht doch gut. Aber wenn Sie runter zum Hafen gehen, dann 500 Meter am Kai entlang und dann nach rechts, da finden Sie gleich das Nelson auf der linken Seite. Wir haben eine ausgezeichnete Idee. Ich wohne auf mein Gepäck. Ach, geben Sie es einfach meinem Sohn. Das ist nett. Warte mal! Was für dich? Danke! Hallo, Thomas! Ich wollte Ihnen etwas bringen. Sagen Sie, woher wussten Sie, dass ich hier bin? Es gibt hier nur ein Hotel. Hier. Der Kleine hier, der gehört Ihnen. Er hat Ihrem Großvater an seinem letzten Tag viel Freude bereitet. Das geht nicht. Ich wohne in Stockholm, da kann ich keinen Hund haben. Er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Auf dem Hut haben alle viel zu viel zu tun. Das ist unmöglich. Ich habe gar keine Ahnung von Hunden. Keine Sorge. Er wird Ihnen schon zeigen, was er will. Sie müssen sich nur darauf einlassen. Er heißt übrigens Mika. Mika? Das ist dein neues Herrchen. Thomas wird gut auf dich aufpassen. Sie sind ganz schön... Ich bin Tierärztin. Ich kümmere mich nur um das Wohl meiner Patienten. Und was ist mit mir? Menschen bin ich nicht zuständig. Das ist aber schade. Ich muss wirklich los. Mach's gut, Mika. Und pass gut auf dein neues Herrchen auf. Wiedersehen, Thomas. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit hier. So läuft das aber nicht. Sie müssen wenigstens mit mir einen Kaffee trinken gehen und mir die Grundlagen der Hundeerziehung beibringen. Für Kaffee habe ich keine Zeit. Wenn Sie wollen, können Sie mich ein Stück auf dem Weg zu meinen Patienten begleiten. Gut. Darf ich? Hey, da bist du ja. Ich dachte schon, du willst mir nicht mehr helfen. Der Mann hat gesagt, ich muss noch meine Hausarbeiten machen. Das ist hier ziemlich streng. Ah, hat sie auch recht. Hausaufgaben sind wichtig. Aber jetzt bist du ja da. Ja, hol dir mal ein Schleifpapier. Ich habe nämlich eine sehr schöne Aufgabe für dich. Die Stelle hier, die musst du mit der Hand schleifen. Und schön sorgfältig. Ein sehr guter. Er liebt das gut. Du kannst ihm vertrauen. Der alte Hanson. Was war das für ein Mensch? Ich habe ihn erst vor vier Jahren kennengelernt, als er mich nach meiner Scheidung hierher verschlagen hat. Er war ein toller Mann. Ein komplizierter Mann, der keinen so richtig an sich herangelassen hat. Ich hatte keine Ahnung, was er mit sich herumgetragen hat. Meine Mutter hasst ihn. Aber das heißt doch nicht, dass du ihn auch hassen musst. Es tut mir leid. Ich weiß, es geht mich alles nichts an. Es ist nur... Ja? Ich finde es schade, dass ihr euch nicht kennengelernt habt. Schade und traurig. Ich meine, vielleicht hättet ihr euch ja verstanden, du und dein Großvater. Mir meint er, er hat es bereut, dass er meiner Mutter hinausgeworfen hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Ihr hättet alle eine Chance verdient, euch wenigstens auszusprechen. Vielleicht. Ich finde es wirklich sehr schön hier. Ja. Ich finde es wirklich sehr schön hier. Paul. Tut mir leid, er ist im Moment nicht da. Ja? Ja. Ist gut. Ich werde es ihm ausrichten. Wiederhören. Morgen, Mia. Morgen. Gibt es Kaffee? Gleich fertig. Wartest du Gäste? Thomas ist gestern noch gekommen. Ich glaube, er schläft noch. Kannst du dir ruhig schon was nehmen? Ach, hier. Bevor ich es vergesse, da hat gerade jemand für dich angerufen. Ludwig Strindholm. Er hat einen Hof in der Nähe von Malmö. Er sucht einen Verwalter. Du willst also tatsächlich weg. Du weißt doch, dass Thomas verkaufen will. Er weiß, was das kann und da wird. Will auf jeden Fall vorbereitet sein. Danke. Wofür? Kinsch. Ich habe ihn erst vor vier Jahren kennengelernt, als es mich nach meiner Scheidung hierher verschlagen hat. Er war ein toller Mann. Ein komplizierter Mann, der keinen so richtig an sich herangelassen hat. Ich hatte keine Ahnung, was er mit sich rumgetragen hat. Meine Mutter hasst ihn. Aber das heißt doch nicht, dass du ihn auch hassen musst. Es tut mir leid. Ich weiß, es geht mich alles nichts an. Es ist nur... Ja. Ich finde es schade, dass ihr euch nicht kennengelernt habt. Schade und traurig. Ich meine, vielleicht hättet ihr euch ja verstanden, du und dein Großvater. Mir meint, er hat es bereut, dass er meine Mutter hinausgeworfen hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Ihr hättet alle eine Chance verdient, euch wenigstens auszusprechen. Vielleicht. Ich finde es wirklich sehr schön hier. Ja. Ich suche mich. Ich suche mich. Ich suche mich. Musik Paul, tut mir leid, der ist im Moment nicht da Ja Ja, ist gut Ich werde es ihm ausrichten, wiederhören Morgen, Mia Morgen Gibt es Kaffee? Gleich Kaffee Erwartest du Gäste? Thomas ist gestern noch gekommen, ich glaube, er schläft noch Kannst du dir ruhig schon was nehmen? Ach, hier Bevor ich es vergesse, da hat gerade jemand für dich angerufen Ludwig Strindholm Er hat einen Hof in der Nähe von Malmö Er sucht einen Verwalter Du willst also tatsächlich weg? Weißt du, dass Thomas verkaufen will? Er weiß, was er aus kann und er wird Er will auf jeden Fall vorbereitet sein Danke Wofür? Für diese wunderschöne Nacht Ich hätte nie gedacht, dass es so aufregend sein kann, eine ganze Nacht lang zu spazieren Ich muss dir was sagen Bestimmt auch hier in der Nähe Ich muss los Die Praxis ist bestimmt schon voll Woher muss ich noch das Pferd von Lundgren ansehen? Es steht so ein paar Tagen auf der Weide und frisst nicht Kommst du mit? Ich setze dich zu Hause ab Bleib bei Paul Ich helf ihm bei dem Boot Ich helf ihm bei dir ja auch in der Nähe von Lundgren ansehen Ich helf ihm bei dir ja auch in der Nähe von Lundgren ansehen Ich helf ihm bei dir ja auch in der Nähe von Lundgren ansehen Ich helf ihm bei dir ja auch in der Nähe von Lundgren ansehen Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie nochmal vorbeikommen Dann hätten Sie sich selbst überzeugen können, wie mein Laden eingeschlagen hat Ich bin nicht so oft in Stockholm Allerdings das nächste Mal wäre ich vermutlich schon vorbeigekommen Versprochen? Versprochen Ähm Karin Karin Westerwick Wo wollten Sie hin? Achso ja, nach Granlunda Zum Gut von Magnus Hanson? Ja Und ich hatte schon Angst, dass ihr die Kälber vielleicht gar nicht mehr haben wollt Jetzt, wo Magnus nicht mehr da ist Vertrag ist Vertrag Und solange wir nicht wissen, wer Granlunda erbt, geht der Betrieb weiter wie bisher Das ist gut zu wissen Willst du nachzählen? Na hör mal, seit wann mach ich denn sowas? Ja Ich bin nicht mehr da, 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 ich bin mehr da, ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da, ich bin mehr da, ich bin mehr da, ich bin, aber da, ich bin mehr 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 da, ich bin da, ich bin mehr Entschuldigen Sie, bin ich hier richtig auf dem Gut von Magnus Hanson? Ja, das sind Sie. Allerdings, Magnus Hanson ist vor allem... Ja, er ist tot, ich weiß. Deswegen bin ich hier. Kann ich irgendwas für Sie tun? Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich wollte mich eigentlich nur mal umschauen. Ach so, ja. Ich glaube, das Ganze gehört jetzt mir. Ich bin Thomas Fredrikson, der Enkel von Magnus Hanson. Ach, Sie sind Gretas Sohn? Ja, ich bin der Sohn der verlorenen Tochter. Kennen Sie meine Mutter? Ja, natürlich kenne ich Greta. Hab sie allerdings lange nicht. Ist irgendwas passiert? Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich muss nur schnell weg. Er ist einfach eingeschlafen. Ganz friedlich. Wir müssen Greta benachrichtigen. Guten Abend, Thomas. Ich hab Frühstück und die Zeitung. Ich schlaf noch. Ach, dann interessiert es dich also gar nicht, was die über unsere Eröffnung schreiben, ha? Doch. Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Hier, Stockholm hat eine neue Innenbar, das Thomas. Mit exotischen Drinks, viel Prominenz und cooler Musik haben Thomas Fredrikson und Lina Oehlung den Nerv der Stockholmer Society getroffen. Das ist ja großartig, weißt du, was das bedeutet? Ja. Unser Laden wird eine Goldgrube. Telefon. Ja, bei Thomas Fredrikson? Ähm, nein, den können Sie gerade nicht sprechen. Rufen Sie später nochmal an. Nein, seine Mutter ist nicht hier. Greta ist im Sanatoriumsee. Wie? Okay, ähm, sagen Sie ihm das selbst. Irgend so ein Anwalt, der sagt, sein Großvater ist gestorben. Thomas Fredrikson? Ja, aber ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe keinen Großvater. Ja, wiederhören. Was war das denn? Warum interessiert es dich nicht, dass dein Großvater gestorben ist? Wieso? Weil ich ihn nie in meinem Leben kennengelernt habe? Weil er meine Mutter und mich ignoriert hat? Weil... Ach, ist doch auch egal. Du kennst doch die Geschichte. Ja. Ich habe mit Magnus Hanson nichts zu tun. Und warum hat dieser Anwalt angerufen? Hallo? Kann es sein, dass er dir was vererbt hat? Kann schon sein. Und wenn schon. Ich glaube, meine Mutter hat mal gesagt, er hätte im Bauernhof. Aber das interessiert mich alles nicht. Hey, wir haben Pläne. Göteborg, Oslo, Kopenhagen. Wir können jede Krone brauchen. Dann, worum es ging. Er wollte meine Mutter dazu zwingen, ihm zu sagen, wer der Vater des Kindes ist. Wahrscheinlich wollte er den Typen umbringen oder dazu bringen, meine Mutter wenigstens zu heiraten. Aber sie konnte oder wollte es ihm einfach nicht sagen. Und das hat ihn so geärgert, dass er sie vor eine Wahl gestellt hat. Entweder sie sollte das Kind abtreiben oder sie sollte das gut verlassen. Meine Mutter hat sich für ihr Kind und gegen ihren Vater entschieden. Sie hat mir erzählt, an dem Morgen, als sie gegangen ist, so mitten im Januar, der Schnee lag mehr als einen halben Meter hoch, da wusste sie ganz genau, dass sie nie wieder zurückkommen würde. Und dass sie nie aufhören würde, ihren Vater zu hassen. Sagen Sie, Thomas, wie geht es Ihrer Mutter? Ist sie glücklich? Sie hatte einen Autounfall vor fünf Jahren. Ist sie... Nein, sie ist nicht tot. Aber sie ist auch nicht mehr richtig gebändig. Paul! Geht's dir nicht gut? Das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. Was? Wenn das war's, was er mir erzählt hat, dann... ist er mein Sohn. Dann hab ich seit 33 Jahren einen Sohn und weiß nichts davon. Wer? Er sagt, Greta wäre schwanger gewesen, als Magnus sie aus dem Haus geworfen hat. Mein Gott, Mia, ich war doch der einzige Mann, mit dem sie damals zusammen war. Der erste und der einzige. Das Kind kann nur von mir gewesen sein. Jetzt verstehe ich das. Als meine Frau gestorben war, hab ich so lange versucht, mit Greta Kontakt aufzunehmen. Und eines Tages hab ich sie wiedergesehen, zufällig, in Stockholm. Sie ging mit einem Mann und einem Jungen die Straße entlang. Sie wirkten glücklich, wie eine ganz normale Familie. Wär doch nie auf die Idee gekommen, dass dieser Junge mein Sohn sein könnte. Habe ich dich, du kleiner Ausreißer? Gut und gesund. Das ist aufpassend, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich die kleinen Impfer eins mit nach Hause nehme. Du kannst dir gerne eins aussuchen. Meine beiden Katzen würden sich bedanken. Nein, das geht wirklich nicht. Oh, du bist halt doch so süß. So, das war's für heute. Danke. Super, dass du vorbeigekommen bist. Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Hier, Stockholm hat eine neue In-Bar, das Thomas. Mit exotischen Drinks, viel Prominenz und cooler Musik haben Thomas Fredriksen und Lina Oehlund den Nerv der Stockholmer Society getroffen. Das ist ja großartig, weißt du, was das bedeutet? Ja. Unser Laden wird eine Goldgrube. Telefon. Ja, bei Thomas Fredriksen? Ähm, nein, dem können Sie gerade nicht sprechen. Rufen Sie später nochmal an. Nein, seine Mutter ist nicht hier. Greta ist im Sanatoriumsee. Wie? Okay, ähm, sagen Sie ihm das selbst. Irgend so ein Anwalt, der sagt, Dein Großvater ist gestorben. Thomas Fredriksen? Ja, aber ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe keinen Großvater. Ja, wiederhören. Was war das denn? Warum interessiert es dich nicht, dass dein Großvater gestorben ist? Wieso? Weil ich ihn nie in meinem Leben kennengelernt habe? Weil er meine Mutter und mich ignoriert hat? Weil... Ach, ist doch auch egal. Du kennst doch die Geschichte. Ja. Ich habe mit Magnus Hanson nichts zu tun. Und warum hat dieser Anwalt angerufen? Hallo? Kann es sein, dass er dir was vererbt hat? Kann schon sein. Und wenn schon. Ich glaube, meine Mutter hat mal gesagt, er hätte einen Bauernhof. Aber das interessiert mich alles nicht. Hey, wir haben Pläne. Göteborg, Oslo, Kopenhagen. Wir können jede Krone brauchen. Wir brauchen. Ihr habt Magnus' Tochter wohl nicht gefunden. Ich habe nichts von dem Nachlassverwalter gehört. Mia hat wohl eine Adresse in Stockholm gefunden, aber da wohnt sie wohl nicht mehr. Wenn sie nicht gefunden wird, wer hat dann das gut? Gute Frage, keine Ahnung. Vielleicht der Staat? Ich habe mir auf jeden Fall schon mal nach einem anderen Job umgehört. Und hast du einen gefunden? Nicht so einfach. Hier in der Gegend jedenfalls braucht niemand einen Gutsverwalter. Du wirst doch nicht weggehen, oder? Wer immer das gut übernimmt, wird einen tüchtigen Verwalter brauchen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass... Ja, es ist ja auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Vielleicht verkauft, kriegt er das gut oder wird ein Hotel draus. Ich will auf jeden Fall vorbereitet sein. Das geht nicht. Du kannst nicht weggehen. Du wirst doch demnächst bei uns einziehen. Natürlich geht Paul nicht weg. Du musst doch gar nichts überstürzen. Jemand... Mika, warte! Tut mir leid, dass Sie Ihnen nichts mehr anbieten können. Das macht doch gut. Aber wenn Sie runter vom Hafen gehen, dann 500 Meter am Kai entlang und dann nach rechts, da finden Sie gleich das Nelsen auf der linken Seite. Wir haben eine ausgezeichnete Klinik. Entschuldigung, ich wohne noch mein Gepäck. Ach, geben Sie es einfach meinem Sohn. Das ist nett. Wart mal. Das für dich. Danke. Hallo, Thomas. Ich wollte Ihnen etwas bringen. Sagen Sie, woher wussten Sie, dass ich hier bin? Es gibt hier nur ein Hotel. Hier. Der Kleine hier, der gehört Ihnen. Er hat dem Großvater an seinem letzten Tag viel Freude bereitet. Das geht nicht. Ich wohne in Stockholm, da kann ich keinen Hund haben. Er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Auf dem Hut haben alle viel zu viel zu tun. Aber das ist unmöglich. Ich habe gar keine Ahnung von unten. Keine Sorge. Er wird Ihnen schon zeigen, was er will. Sie müssen sich nur darauf einlassen. Er heißt übrigens Mika. Mika? Das ist dein neues Herrchen. Thomas wird gut auf dich aufpassen. Sie sind ganz schön... Ich bin Tierärztin. Ich kümmere mich nur um das Wohl meiner Patienten. Und was ist mit mir? Menschen bin ich nicht zuständig. Das ist aber schade. Ich muss wirklich los. Mach's gut, Mika. Und pass gut auf dein neues Herrchen auf. Wiedersehen, Thomas. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit hier. So läuft das aber nicht. Sie müssen wenigstens mit mir einen Kaffee trinken gehen und mir die Grundlagen der Hundeerziehung beibringen. Für Kaffee habe ich keine Zeit. Wenn Sie wollen, können Sie mich ein Stück auf dem Weg zu meinem Patienten begleiten. Gut. Darf ich? Halt auf! Hey! Da bist du ja! Dachte schon, du willst mir nicht mehr helfen. Mama hat gesagt, ich muss nochmal eine Hausarbeit machen. Das ist ja ziemlich streng. Hat's ja auch recht. Hausaufgaben sind wichtig. Aber jetzt bist du ja da. Hol dir mal ein Schleifpapier. Ich habe nämlich eine sehr schöne Aufgabe für dich. Die Stelle hier. Die mussten mit der Hand schleifen. Und schön sorgfältig. Wie immer. Schön hier bei uns, oder? Es ist auf jeden Fall stiller als in der Stadt. Mögen Sie keine Natur? Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Ich habe immer in Städten gelebt. Und eigentlich nichts vermisst. Dachte ich jedenfalls. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dauernd Asphalt und Verkehrslärm. Ich brauche die... Ich brauche die... Ihnen helfen. Danke. Ich muss nur schnell weg. Ich kann es ja noch nicht. Dann, ich möchte es ja noch nicht erst. Ich möchte es ja noch nicht. Ich möchte es nehmen. Ich möchte es ja noch nicht. Er ist einfach eingeschlafen. Ganz friedlich. Wir müssen Greta benachrichtigen. Morgen, Thomas. Ich hab Frühstück und die Zeitung. Ich schlaf noch. Dann interessiert es dich also gar nicht, was die über unsere Eröffnung schreiben, ha? Doch. Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Hier. Stockholm hat eine neue Inbar, das Thomas. Mit exotischen Drinks, viel Prominenz und cooler Musik haben Thomas Fredriksen und Lina Oehlund den Nerv der Stockholmer Society getroffen. Das ist ja großartig. Weißt du, was das bedeutet? Ja. Unser Laden wird eine Goldgrube. Telefon. Ja, bei Thomas Fredrikson? Ähm, nein, den können Sie gerade nicht sprechen. Rufen Sie später nochmal an. Nein, seine Mutter ist nicht hier. Greta ist im Sanatorium. Sie... Wie? Okay, ähm, sagen Sie ihm das selbst. Irgend so ein Anband, der sagt, sein Großvater ist gestorben. Thomas Fredrikson? Ja, aber ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe keinen Großvater. Ja, wiederhören. Was war das denn? Warum interessiert es dich nicht, dass dein Großvater gestorben ist? Wieso? Weil ich ihn nie in meinem Leben kennengelernt habe? Weil er meine Mutter und mich ignoriert hat? Weil... Ach, ist doch auch egal. Du kennst doch die Geschichte. Ja. Ich habe mit Magnus Hanson nichts zu tun. Und warum hat dieser Anwalt angerufen? Hallo? Kann es sein, dass er dir was vererbt hat? Kann schon sein. Und wenn schon? Ich glaube, meine Mutter hat mal gesagt, er hätte einen Bauernhof. Aber das interessiert mich alles nicht. Hey, wir haben Pläne. Göteborg, Oslo, Kopenhagen. Wir können jede Krone brauchen. Einfach deine Gefühle ausschalten wie eine Lampe. Es würde sowieso nicht gut gehen. Karin, red doch nicht solchen Quatsch. Ich will mit dir zusammen sein. Wenn du das auch willst, dann schaffen wir das. Ich will dich nicht mehr hergeben. Ich will dich nicht mehr hergeben. Guten Tag. Wirklich ein tolles Anwesen hier. Ich bin Jörn Pedersen. Bin zwar ein bisschen früh dran, aber kann ich mich noch ein bisschen umsehen. Ja, wieso wollen Sie das? Interessieren Sie sich für unser Vieh oder für was? Naja, ich will wenigstens vorher alles sehen, bevor ich mich entscheide, es zu kaufen. Das ist ein Irrtum. Brandlunder steht nicht zum Verkauf. Nicht? Aber ich habe doch mit einem Herrn Frederikson telefoniert. Er sagte mir, dass er so schnell wie möglich verkaufen will. Wir sind um vier verabredet. Ja, und er hat es sich anders überlegt. Tut mir leid, wenn Sie umsonst gekommen sind. Das Kut steht definitiv nicht zum Verkauf. Ja, aber warum sagt er mir denn nicht ab? Ich bin extra aus den Shopping hierher gekommen. Die Fahrt hätte ich mir doch sparen können. Tut mir leid. Ja, mir erst. Wer war das? Niemand. Paul! Du musst Thomas sagen, wer du bist. Wie soll ich das machen? Hallo, Sohn, ich bin dein Vater. Deine Mutter, die du so sehr liebst, hat leider verhindert, dass wir uns kennenlernen. Nein, das kann ich nicht. Wenn ich wenigstens vorher mit Greta sprechen könnte. Ja, dann tu das. Frag Thomas, wo sie ist und besuch sie. Kann nicht. Sie hat ja einen Unfall. Na, Greta, genießen Sie die Sonne? Ist ein wunderschöner Tag heute. Ihr Sohn hat angerufen, aus Granlunda. Ich soll Ihnen sagen, dass er bald wieder zurück ist. Ich hole Sie nachher wieder hier ab und bringe Sie dann auf Ihr Zimmer. Ich habe keine Ahnung, was sich Paul sagen soll. Erst verliert der Granlunda, dann mich. Das kann ich ihm nicht antun. Paul? Paul Edding? Du bist mit Paul Edding zusammen? Soll verrückt geworden, Jonas. Wir können doch nicht alle Tiere mit nach Hause nehmen. Was glaubst du, was da los wäre? Was machst du überhaupt schon hier? Ich dachte, du hast heute sechs Stunden. Mathe und Sport fahren aus, weil der Sonnebeck sich ein Bein gebrochen hat. Wollte fragen, ob ich zu Pelle darf. Also gut, wenn du die Hausaufgaben nicht vergesst. In Sieben bist du aber spätestens wieder zu Hause. Pelle's Mutter hat gesagt, ich könnte bei Ihnen übernachten. Darf ich, Mama? Ich schlafe auch mehr als zwei Stunden. Ja. Na schön. Super! Tschüss, Mama. Morgen habe ich dir beim Boot, ja, Paul? Hey, Moment, hier geblieben. Bis morgen, mein Schatz, ja? Pass auf dich auf, ja? Klar. Mach ich. Ciao. Ciao. Ach, hast du Lust? Du könntest mich nach Stockholm begleiten. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe um drei einen Termin beim Landwirtschaftsverband. Du könntest ein bisschen shoppen gehen. Und dann gehen wir zusammen essen. Oder ins Theater. Das klingt toll. Man fahre, du? In einer halben Stunde? Schaffst du das? Das ist kein Problem. Ich gehe nur noch schnell bei Herrn Hanson vorbei und danach kann es losgehen. Ja, tu das, er hat schon nach dir gefragt. Wie geht's ihm denn heute? Er klagt nicht, aber seit dem Schlaganfall ist er nicht mehr eine Alte. Hallo, Herr Hanson. Karin. Das ist nett, dass Sie vorbeischauen. Möchten Sie einen Kaffee? Ich sage mir ja Bescheid. Danke, lassen Sie nur. Ich habe leider nicht viel Zeit. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht und Ihnen etwas bringen. Was ist das? Sehen Sie nach? Ist er nicht niedlich? Er war der kleinste Entwurf. Er bin von Bergmanns. Und er braucht viel Liebe. Sie müssen ihn wieder mitnehmen. Sehen Sie? Er mag sie. Das ist nicht gut. Er wird sich an mich gewöhnen und dann bin ich nicht mehr da. So etwas sollte man ihm nicht zumuten. Sie werden doch viel Freude aneinander haben. Probieren Sie es einfach aus mit ihm. Ich kann hier sowieso nicht mitnehmen. Geben Sie nicht auf. Bitte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Und dir auch. Ach übrigens, er hat noch keinen Namen. Wir kommen auf keinen Lund. Wir sollten sowas öfter machen. Wir haben einfach viel zu wenig Zeit füreinander. Es wird besser werden, sobald du bei uns eingezogen bist. Obwohl, vermutlich wird dich Jonas von früh bis spät in Anspruch nehmen. Er kann es gar nicht erwarten, dass du endlich ganz kurz bist. Ich freue mich auch auf ihn. Er ist schon wie ein eigener Sohn für mich. Ich bin für dich der Körner. Ich bin für mich. Ich bin für mich. Und für mich ist das, was ich solltest. Ich bin für mich. Zitzen